Oder wollen wir mal loslegen, ne? Mann, 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 Mann. Meine Damen und Herren, ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr wieder da seid. Channel... Channel... In der Tat, fällt mir gerade mal was auf. Kann das sein, dass das nur ist, wenn wir uns auf dem Bett ausloggen. Dieser Bug. Das wird so einiges erklären, muss ich sagen. Aber gut, wir ziehen uns das mal an, ne? Oh, es hat schon wieder der Tag gewesen, da muss man ja erst mal, muss man erst mal wach werden jetzt. Das ist so ein langer Tag geschlafen. Ganz den Tag geschlafen. So, ich geh mal eben raus und wieder rein. So, betreten. Wie ist eigentlich Helmut rausgekommen? Gute Frage. Keine Ahnung. Der wird schon, wird das schon irgendwie geschafft haben. So. Zack. So. Guten Tag. Wie jeden Tag gucken wir mal aufs Handy und dies wieder Halligalli da. Ach Gott, ihr Fahrer. Rufen Sie mich bitte zurück und der Ort hat sich geändert und ich würde mit Ihnen das gerne besuchen, wegen dem Ort, an dem Sie stehen können. Äh. Guten Abend, Herr Pfarrer, bin ab sofort verfügbar. Herr Pfarrer, bin ab sofort verfügbar. habe habe allerdings gleich noch einen Termin. Ich melde mich. liebe Grüße. Liebe Grüße, Knussmann. Jahrhundert Dollar angefangen bezahlen. Jahrhundert Dollar angefangen bezahlen. Nochmal. Des Weiteren bieten wir Künstlern und Premium-Tickethalter gratis Verpflegung bei Ihnen an. Je nach Ticketkäufe würden wir Ihnen ab 200 Dollar angefangen bezahlen, damit das auch realisierbar ist. Guten Abend, Herr Marson. Wunderbar. Das klingt doch spitze. Ähm, ich wegen der Pauschale bzw. der Freispeisen, ne, der Gratisverpflegung, der Gratisverpflegung melde ich, ne, anders, würde ich mit Ihnen noch einmal kurz Rücksprache halten. Bis zum fünften, sollte auch das neue Menü bereits, äh, verfügbar sein, mit Würstchen, Pommes. Na, so. Liebe Grüße, D.Knussmann. Okay. Hallo, Herr. Ihr Schneiderweites Feld. Können Sie heute, kommen Sie ab 19 Uhr, okay, der Helden. Jetzt brauche ich meine To-Do-Liste. So, wir müssen, wir müssen heute mal ein bisschen strukturiert arbeiten, ne, wir. Wir. Werkstatt. Wegen Unfall, Kostenvoranschlag, Anwalt anrufen, Montag, äh, 29.26 Uhr, Autos suchen mit Hannes, weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist, Praktikum mit Eddie ab 19.26, das ist ab heute, Bestellung bei Cypress, Menü neu erstellen, Wiesel News, Werbung, ähm, dann schreibe ich jetzt mal noch als To-Do auf, ähm, Kirche, Besichtigung und Konzert, ähm, Menü absprechen, okay, gut, und hat Schneidebrett, gut, dann würde ich sagen, telefonieren wir mal ein bisschen, wer hat noch angerufen, irgendjemand Wichtiges, der Helmut, der Helmut, äh, ähm, äh, Anwaltsbüro, ja, die, die ruhig mal direkt an, würde ich sagen. Scheiße. Äh, äh. Okay. Guten Abend, Frau Kingsley, ich habe leider den Termin nicht wahrnehmen können, bitte, ähm, wie sagt man, äh, ich bitte dies zu entschuldigen. melden sie sich gerne noch einmal bei mir danke die usd.knussmann ok ok helmut helmut anwalts body haben echt auf mich gewartet fuck halt ich glaube die wir richtig sauer jetzt hellen typ die nehmen ja den eddie rufen wir jetzt mal an oder ne ich ruf bei jetzt ruhig bei cyprus an wir müssen ich muss da jetzt irgendeine scheiße struktur reinkriegen nicht jetzt er hat kann jetzt nicht wahr sein alter jetzt ist keine sau da oder was wo ich mal eben an vielleicht ist der geht der ja mal dran grüß dich knussi ich habe gerade einen kunden ich rufe gleich zurück ich rufe die nehmann vielleicht ist eine gute idee die die nur eddie nehmann ja 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 ich gut ja 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 ich wollte kurz hören ja ich hatte einen schneidebrett noch bei ihnen bestellt kann ich dann heute abholen ja sie müssen wir nur sagen wann ungefähr sie da sein werden weil ich möchte dann ebenfalls auch einmal hochfahren ja wie viel uhr soll sagen wir einfach was moment habe ich noch frei viertelstunde bis halbe stunde treffen wir uns oben ja ja treffen uns oben alles klar hier habe ich später danke ok dat haben wir schon mal dann oder ich glaube ich habe mich an einen abwesenheit anrufen ja ja so grüß mal hier ja wie diese die hast du gut geschlafen bei mir auf der couch du bist du bist nackt aus der wohnung rausgegangen ich habe ja ich habe schon gedacht ich dachte du hast was von mir gezogen also musst du noch mal rein hier bei mir oder was ich ja grabe ich nur zu hause wenn du schnell da bist dann machen wir das ja wunderbar erwartet bis gleich tschüss aus geht's tschüss hat erland sie spielt hat aber auch so geil aus dann rennt er aber auch nackt durch die gegend dann macht ihr das einfach was für ein hannes apropos nächster bitte da 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 wir müssen jetzt erstmal die lage checken gekentert ihr kennt hat. Dann muss ich gleich noch mal bei Wiesel reingucken. Hannes König hier? Ja, Knustmann hier. Schönen guten Abend. Guten Abend, Jirki. Na, wie ist es? Ja, muss, ne? Ich fahre jetzt zwei Tage ein bisschen flach am liegen, ne? Also... Ja, ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Sag mal, äh, hast du jetzt schon was Neues zu dem Auto? Jo, ich hab heute einen erreicht, ne? Ja, ich war früher unterwegs, ne? Ja, ja. Also, ich hab mal nur angerufen, ne? Ich hab morgen Termin da. Morgen hast du den Termin, okay, ja? Ja, und das Auto, was ich haben will, der Kombi, der kostet 4,2. Der Kombi kostet 4,2 nur? Das ist ja, das ist ja voll in Ordnung, ne? Ja, hab ich mir auch gedacht, ne? Hast du, hast du nicht gesagt, der ist größer als der von den Helmut? Äh, ja, der, ich hab gesagt, der Kombi, ne? Ich denke mal, die haben so den einen, ne? Ja, gut, okay, ja, gut, das kann ja natürlich sein, ne? Also, ne, gut, das ist ja eine wunderbare Sache. Ja, klasse, klasse, klasse. Schön. Ich muss nur nochmal abklären mit hier mit Kofferraum und so, ne? Wie ich grüße und, äh, ob da alles gut reinpasst, ne? Ja, ne, wunderbar, wunderbar. Äh, hast du eigentlich schon mal von den Eddy nochmal gehört? Äh, ne, also letztes Mal, ne, ich war ja letztes Mal am Freitag hier, ne? Danach lag ich flach, ne? Ja, gut, ne, weil, der hat ja heute einen Praktikumstart und ich erreiche den einfach nicht, ne? Ja, vielleicht ist ja noch ein Penn, ne? Der ist doch so ein wilder Typ. Ja. Vielleicht ist er noch ein bisschen lang unterwegs gewesen, ne? Ja, ich habe sowieso da jetzt ein kleines Problemchen, weil, äh, im Prinzip, also, ich habe jetzt noch nichts mit dem Thema Leitstelle erreichen können, ne? Den Lieferservice, den können wir jetzt noch gar nicht machen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Jungen da beschäftigen soll. Hast du eine Idee? Oh, keine Ahnung, ey. Scheiße, nee. Wie wär's denn mit dem Wagen putzen, oder? Ja, irgendwie sowas, nee. Ja, kochen würde ich die nicht lassen, ne? Nee, oh Gott, ich will ich die nicht lassen, also. Nee. Nee, ich kann die Leute doch jetzt da nicht, nee. Nee, je nachher die da in den Ort schmalz oder sowas, das hat er ja schon das Thema, der muss nicht sein, Das muss wirklich nicht sein, nee. Ja, oder er macht die Kasse, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so prickeln wäre, die Kasse machen lassen, ne? Nee, also, nee, weil ja, das sind halt alles so Gebiete, da lass ich lieber keinen anderen dran, nee, schon gar nicht den Eddie, weil da weiß ich noch nicht, ich weiß noch nicht, was ich doch von dem Recht von dem halten soll. Der, der muss sich erstmal beweisen, na gut, da hast du recht, dann soll er erstmal den Wagen putzen, würde ich sagen. Ja, was willst du denn sonst machen lassen, äh, Lieberlinz? Oder hier, finde ich, einkaufen fahren, ne? Das kann ich mir auch noch vorstellen, das ist ja ein Auto, ne? Ja, nee, das stimmt. Aber die Frage ist, wenn du den Geld in der Hand drückst, ne, ob du dann wiederkriegst, ne? Oder wie das ist, ne? Nee, stimmt schon, stimmt schon. Ja, äh, was hast du heute so vor? Hast du noch Zeit? Später vielleicht? Boah, ne, heute nicht so lange, ne? Also, ich bin schon ein bisschen unterwegs, ne? Aber morgen wird besser, morgen wird nicht länger da. Ich hab mal einen Vorschlag an dich, ne? Ja, ja, ja. Wie wär's denn mal, wenn wir hier zum Arbeitsamt gehen und fragen, ob ich bei dir einsteigen könnte, ne? Dann könnte mir Kredituner vielleicht auf ein Lager gehen oder so, ne? Ja, das können wir, das können wir in der Tat mal machen. Ähm, da muss man, da muss man natürlich jetzt... Ich weiß ja nicht, wie sehr du mir jetzt vertraust, ne? Also, ich kann dir auch einen Vertrauensbeweis geben, wenn du möchtest oder so, ne? Also... Was willst du denn machen? Willst du jemanden küssen, wo ich sag, du sollst ihn küssen? Ist das dann... Ich weiß es nicht. Sag mal, also... Nacktfoto von mir, hätt ich mir auch vorstellen können, ne? Ja, also, das sparen wir uns mal, Hannes, ne? Also, Nacktfoto brauche ich jetzt nicht. Das ist Vertrauens... Also, die Frage ist halt, wie wir jetzt einsteigen, ne? Also, ich würde schon gerne dich halt einstellen, ne? So ist es nicht. Also, ich hätte dich schon gerne mit dabei, aber ich habe ja momentan noch nicht die Möglichkeit, dich zu bezahlen. Ja, das ist jetzt momentan die Situation. Und wenn wir dann einmal zusammengearbeitet haben, dann kann ich mir vorstellen, dass du dann auch relativ schnell dann, äh, mehr Verantwortung kriegst in den Unternehmen und solche Geschichten. Und dann kann man ja mal gucken. Also, ich bin da jetzt... Ich bin da lieber so eine vorsichtige, ähm, Persönlichkeit. Verstehst du? Weil ich muss mal eben hier die Tür aufmachen. Ja. Ja, ja, kann ich auch verstehen, ne? Und so, ne? Also, da ist ja nichts Schlimmes bei, ne? Ich würde jetzt auch nicht jeden Pisser-Vertrauen, ne, als er um die Ecke gelaufen kommt, ne? Ja, nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, gut, pass auf, der Helmut ist jetzt hier gerade da. Ich rufe dich einfach nochmal an. Ansonsten hören wir uns morgen, ne? Ja, ja, ich denke mal eher bis morgen, ne? Ja, alles, der hier. Ich lege mich da hin, ne? Ja, dann schlaf gut, ne? Träuber, Träuber, schönes und so, ne? Ja, ja, du auch, ne? Ich lege sie gerne in der Helmut, ne? Ja, mach, 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 ich mach. Schönen guten Grüß, der Helmut. Soll ich hier von Hannes bestellen, ne? Ja, danke, ne? Ja, dann mach ich, du, Hannes, ne? Tschüss, gehst. Ja, tschüss, gehst. So, ja, herzlich willkommen zurück. Ja, danke. Das müsste hier noch auf der Couch liegen, glaube ich. Ja, genau, pass auf, ich ziehe mich eben um hier. Ja, macht das. Wo hast du die Klamotten denn auf einmal her? Hattest du dich noch dabei, oder was? Ja, ja, die hatte ich doch im Auto. Ja, warte, was auf, ich pack mir das hier, ich hab, äh, dann kann ich die ganzen anderen restlichen Sachen auch ins Auto legen, später. Ja, mach ja mal. Ich bleib mit unseren Arm, ich bleib kurz hier da, so. Ja, ja, ich guck mal hier eben. So, was hab ich hier, äh, leckeres. Äh. Soll ihr uns ein Würstchen machen? Äh. Für jetzt? Äh, ja, wieso nicht? Dann hau ich uns was in die Pfanne hier, weißt du? Ja, ja, mach, ja klar, wieso nicht, aber... Ich bin schon mal da, wie ich's, ne? Ja. Lecker schnabulieren, so. Ich hab mich 10 Minuten Standby gemeldet. Standby, ja, dat schaff ich. So, dat ist ja schwer gemacht, ne. Wie ist es dir, hör mal? Super, gut, danke. Ja. Schön, schön, schön. Ja, ich hab ja heute eigentlich hier den, äh, sehr schnell den, äh, mit den Eddy nehm, ne? Die Scheiße. Ja, mein Gott, jetzt ruft er mich an. Wer der Eddy nehm? Hallo, Herr Brand. Warum geht der Scheiße denn jetzt schon wieder nicht? Ich hab mir SMS geschrieben. Ich bin in 10 Minuten, äh, wieder da. Ich bin grad kurz auf Standby. Ich hol kurz meine alten Klamotten. Oh Gott. Ach so, ja, ne, macht ja nix. Dann kann ja keiner mal zu. Okay. Ich meld mich, bis dann. Tschö. Ja, ich meld mich, äh. So. Jetzt weiß ich, hab ich schon. Geh das? Geh das? Gehen die Mails wieder nicht durch, hier. Die SMS sind mit der Scheiße. Ach, die Scheiße hier. Boah, jetzt hab ich hier, ach, das ist auch eine, eine Platz, mit dem Platz hier ist aber auch so eine Sache, ne? Ja, das ist eine verdammt kleine Küche. Lecker, Fanny, ich könnte kotzen. Aber wir will eine riesen Pfanne hier. So, jetzt aber. Ja. Pfanne. Oh, ne, ich will nicht so viele Würstkes jetzt. Ach, scheiße. Mir reicht eins, aber eins. Pass auf, ich geb dir mal kurz zwei Brezel, hältst du die mal kurz? Ja, klar. Warte, ich muss mal ganz, kannst du mir gleich sofort wiedergeben? Ja, sicher. So. Ne, ah, jetzt hab ich die, oh Gott, noch mal. Ich bin aber heute, gib mir mal die Würstkes. Hör mal, hast du einen an der Waffel, oder? Jo, ich bin doch nicht so lange wach. Ich hab echt lange geschlafen, Mann. Danke, danke. So, pass mal auf. Jetzt hier, jetzt rein in die Pfanne und dann wird geprutscht. Wie geht das denn? Ach Gott. Wie geht's dir, Helmut? Haben wir da schon drüber gekriegt? Ja. Eigentlich recht gut, Herrmann. Danke. Und selbst? Was hältst du davon, wenn wir ja doch keine Würstchen essen? Ach ja, ich kann auch drauf verzichten. Ich esse mir immer so ein Brezel. Ja, nimm die Brezel und das ist gut. Das kann auch. Und das nächste Mal kannst du ruhig ein bisschen Salz drauf machen. Du bist so ein... Ja, die hatte ich in der Hosentasche noch. Hä? Ja, die sind doch gut. Mach dir mal keine Sorgen. Mach dir mal keine Sorgen. Darf ich mal reingreifen in deine Hosentasche? Komm mal her hier. Hm. So. Schön. Äh. Gut. Das ist ja wir. Ich muss jetzt Richtung Norden. Du hast Arbeit, hast du gesagt, ne? Ich hab Arbeit, ja. Gut. Du hast gleich Eddie, ne? Ne, ich hab noch... Also ich erreiche nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ach so, ja. Weil du so kein Interesse. Ansonsten müsste er eh nur die Dekarre putzen. Erstmal, weil die Leitstelle neulich funktioniert. Nee, das ist, äh, da müsste man mal, müsste man mal gucken mit, äh, da muss ich jetzt mein Schneidebrett holen. Ich fahr jetzt hoch zu den Helden. Nee. Wo du mal ein Schneidebrett gehst. Gut, dann mal gucke. Da fahr ich vielleicht mal ne Runde oder sowas. Aber du fährst noch Taxi heute, ne? Ja. Okay. Ich denke, ich fahr noch Taxi. Gut. Dann würde ich sagen, geh ich jetzt mal... Mach mir jetzt erst noch mal ein bisschen Salz auf das Brezel hier. Danke, danke. Hier ist irgendwo, war hier auch so ein Spender, ne? Hast du hier von den, von den, von den Wissi getrunken? Ja, gerade. Da war ne Zigarette drin, ne? Hast du gemerkt? Nee, eigentlich nicht. Er hat kurz gekribbelt an der Lippe. Ja, das gibt den, das gibt den gewissen Charme, ne? Müller, hallo? Hm. Äh, ja, wohin denn? Oh, ja, ich geb Gas. Bis gleich. Sehr gerne, tschö. Äh, ich hab ne Fahrt oben in den Norden bei Yellow. Soll ich denn irgendwann mitnehmen oder so? Äh, ich, ja, also Yellowjack ist die Bahn, ne? Ja. Ja, ne, ich muss ganz woanders, ich muss ja komplett an der, an der Westküste da irgendwo lag, ne? Ja, gut, dann, wenn man später, wenn ich Feier abmache, ne? Ja, mal gut, ja, mal gut, ne, tschüss geht's. Ach so, die Klamotten hier, so. Ja, nehmen wir mal mit, wunderbar. Sieht übrigens so viel schicker aus, als mit den Latz Hosen, ne? Ach, warte mal, ich nehme mir mal hier so ein... Was? Hast du so ein Bonbon gefunden? Hä, nö, nö, alles gut. Was? Ja, gut, ne, mach das mal, ne? Nicht Kabel rausziehen, ich brauch halt Licht. So, okay, warte, das ist ja kacke, hier, warte, ihr wisst halt, ne? So, ja, das ist schon... Ja, passt schon, komm, mal, meine Fliege hier. Du bist immer noch da. Ja, Entschuldigung, ich musste dir hier noch einpacken. Ich hab mir diese Tüte geklaut, ne? Ach so, ach da, ja, ja. Ja, tschüss, jen. So, habe ich alle Schlüssel, Papiere, Handy, habe ich guter Geld auch für mich losgehen. So, schließe wir mal ab hier, zack. So, ich glaube einfach, das war, wie ihr gerade sagtet, dass man, dass man die Wüste nur einzeln braten kann. Finde ich ein bisschen bescheuert. Er erklärt doch, warum die letzte Mal nur ein Wüste gebraten hat. Na ja, egal, fahren wir mal wieder Richtung Norden. Alter, der Foodtruck steht ja immer noch gerade. Was denn da passiert? Das gibt's ja nicht. Das sind ja Sachen, die gibt's gar nicht. Ich probiere mal hier gerade die Knöpfe aus, die ich mir überlege, ich habe sehr schön funktioniert. Putz, Blitz! So, done. Bam, bam, bam. Oh, Junge, nein. Oh, nein. Alter, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Holy shit. Oh mein Gott, ja. Okay. Tja. Ausspielen. Ne, das ist ein Pack. Ich werde keinen Pack ausspielen. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so, Freunde. An der Karre ist ja nichts außer ein paar Macken. Da gehe ich jetzt nicht für eine Werkstatt. So. Wo war das? Das war hier oben, ne? Das war richtig. Warte, ich versuche nochmal. Das versuche ich nochmal. Boah, bitte. Die ist nicht da. Scheiße. Okay, dann. Wir fahren auf jeden Fall heute noch zu Cypress. Ich will die Würstchen haben. Ich muss wirklich mal überlegen und über meine Geschäftszeiten nachdenken. Also, es ist halt echt. Ich glaube, hier war das. Das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Mit Standards Streams. Ich furze ihn gerne in der Wanne. Übrigens, vielen Dank für die ganzen Subs, ne? Ich lese die, wie gesagt, nachher nochmal vorlos drüber. Ja. Bla. Und so weiter. Ähm. Was wollte ich sagen? Ich. Alles klar. Hör mal. Wie geht es euch, Freunde? Herzlich willkommen hier zum Stream-Abend. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Äh. Ach so, meine Stream-Zeiten. Ähm. Ich habe mich halt so toll geärgert, dass wir halt an so Tagen wie Montags oder Mittwochs, wo wirklich so wenig Leute online sind, dann halt spielen, aber dann Tage wie Samstag, Sonntag dann weglassen, ne? Aber das ist halt echt schwierig, weil ich halt auch mal ein bisschen Wochenende will. Und in der Woche arbeite ich ja sowieso. Dementsprechend dachte ich mir so, ja, bevor der dann jetzt wirklich jeden Tag irgendwas arbeiten muss, weißt du? Das waren mal lieber ein, zwei Tage, wo du nix hast. Aber das merkt man halt. Boah. 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 Hä? Äh. Boah, ey, das ist aber heute auch eine Quälerei, ne? Junge, Junge, Junge. Dup, dip, 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 dip. Ich habe gespuckt, scheiße. Boah, fuck, Alter. Wer webert? Wer webert? Oh Gott, webert. Knusmann! Knusmann! Hallo! Wunderbar, die Frau Mendes von Helm Production. Herr Knusmann! Ja! Wo sind Sie denn gerade? Ich fahre hier gerade... Oh, das ist aber... Ich fahre den Berg hoch. Das ist eine kleine Weltreise mit dem Druck hier, ne? Ähm, wo sind Sie denn gerade? Dann können wir zu Ihnen kommen. Ja, ich... Also in Weinwood bin ich gerade und fahre hier gerade den Berg hoch, wie gesagt. In Weinwood. Ähm, wissen Sie, wo das Little Italy ist? Äh, haben Sie da irgendwie einen Anhaltspunkt? Weil ich sind da so. Ähm, da ist ein großer Tower, der so violett-orange... äh, violett-pink angestrahlt wird. Violett-pink? Ein ganz großer Tower ist das. Oh Gott, ja, ähm... Ja, ich... Ja, also da ist jetzt kein... Boah, ich muss hier anhalten. Ich komme hier nicht hoch. Oh, Sekunde. Boah, das ist ja wohl... Oh, lecker fand ich. Äh, ja, ich... Es ist wirklich eine Arbeit hier hochzukommen, glauben Sie nicht. Ähm, ein Tower, der Ping angestrahlt wird, ja? Genau. Ähm, ist da nichts in der Gegend, wo man mal auf dieser... auf dieser Karten-App irgendwie was sehen kann oder so? Oh, ähm... Nicht wirklich, Herr Knussmann. Ähm... Ist das mehr westlich oder mehr östlich? Hm... Mehr west... Mehr westlich. Okay, ist das da bei der Department of Labor irgendwo? Ähm, ja, beim Department of Labor können wir uns treffen. Ja gut, dann komme ich da hin, ne? Ich schurze gerne in der Wanne. Gut, das geht dann auch bergab, dann brauche ich nicht so lange. Ne, bis gleich. Genau, bis gleich. Tschüssi. Tschüssi. So. Dann mal wieder runter. Oh, scheiße, Mann. Oh, viel, viel Dank für die ganzen Subs, Leute. Ihr seid richtig, richtig sanig. Viel, viel Dank. Aber die Dame ist echt sympathisch, ja? Das stimmt. Die kenne ich auch noch gar nicht. Nicht mal auf dem Berg ganz hohe. Ja, hat sich jetzt richtig gelohnt, den Sprit zu verballern. Ey, ganz den Weg hier. Wenn die jetzt Vollgas geben würde, würden wir die mal die 80 wahrscheinlich mal schaffen. Bei den Kurven wird es ein bisschen schwierig, ne? Gottes Willen. Für den Arsch im Berg hochgequält. Ja. Ein bisschen Training zwischendurch, ne? Bisküttraining muss auch mal sein. Da kommt einer von oben runter. So. Der hat gar kein Licht an. Ja, zeige ich sofort an die Sau. Was bilden sie dir eigentlich ein hier, aber? Die habst du nicht gesehen? Schweinerei. Schweinerei. Dann krieg ich jetzt hier das Schneidebrett. Auch noch, hab ich mir die Reise auch noch gespannt. Obwohl ich da ganz gerne hochfahre, weil man da mal ein bisschen was anderes sieht, als hier die Stadt jeden Tag. Aber dann ist das halt so, ne? Jetzt muss ich nur gucken, dass mir die Leute da jetzt nicht direkt wieder zum, äh, stehenverlassener Bus, zum Foodtruck-Rennen, weil die Hunger haben, weil ich natürlich jetzt nichts mit hab, ne? Okay. Egal, weil ich jetzt planen, das verläuft eher anders, als ich mir das vorstelle. Hundertprozentig. Ich ruche gleich die Eddie nochmal an. So. da gehen schönen guten tag ich habe eine frage ja bitte sind sie selbstständig mit dem foodtruck oder muss man sich irgendwo bewerben anstellen oder wie ist das ist mein trug und mein unternehmen ihr unternehmen ja sicher sind sie der einzige fahrer hier oder also in mein unternehmen bin ich das noch ja jetzt hier bin ich das noch aber da gibt natürlich auch andere unternehmen die hier den foodtag betreiben muss man den selber kaufen oder genau genau also ich habe eine kredit für aufgenommen und dann dann ging das so schlag auf schlag was kostet so schönes schlachtschloss hier woher wirklich wissen ja schon irgendwie also unter 50.000 wird das schwierig kredite und kredit dann hier von den da oder da habe ich ja bei der stadtverwaltung habe ich da angefragt ja gut genau das ist ja eine info da kann man schon mal ein bisschen was mit arbeiten da ist richtig das ist richtig aber es ist ein schönes ding also ich bereut hat nicht tatsächlich ist ein bisschen eng sagen wir mal so aber ansonsten ist das eine schöne sache die ja danke für die info auf jeden fall ja sehr gerne sehr gerne ja dann noch gutes gelegen und verkaufen dankeschön ich bin jetzt da sind sofort da in zwei minuten ja ich wollte nur bescheiden damit sie mich nicht ich stehe auf der gegenüberliegenden seite hier mit so denn ja sie erkennen mich an meinen auffälligen hemmen würde ich sagen alles klar hier tschüss geht es wird sagt der wiesel muss eigentlich hier mit dem motorrad sieht sie gefahren das gibt ja gar nicht warum sie jetzt schneidebrette dahin gepackt das sind dinge die darf ich ihnen nicht verraten ok ich würde doch eigentlich gar nicht wissen die haben sie dann in der tasche doch mit dabei ja habe ich mit dabei okay dann kommen sie mir mal unauffällig das ist aber nett dass sie mir das mitgebracht habe dann habe ich mir den weg jetzt hier gespart wahrscheinlich so eine halbe tankfüllung oder so ja und vor allem wenn sie sowieso solche probleme haben die berge hoch zu kommen dann ist das für sie natürlich äußerst unangenehm bis zu uns nach hinten ja ich mach doch spaß nicht mal was andere machen da die berge hoch und so aber das ist ja kostet auch sagen wir mal so ja gut was kriegen sind denn dafür kriege 50 oder so 50 sind noch offen genau oder gebe ich ihnen jetzt die 50 habe ich noch genau mit die mark so bitteschön 50 mark so herr knussmann da ist dann auch schon direkt ihr schneidebrett das habe ich ihnen auch direkt gegeben wunderbar ja wunderbar gut da tue ich aber direkt in den druck rein hier sekunde so alles klar vielen dank ja bitte haben sie schon geschlossen ich habe noch gar nicht geöffnet ja da tut mir leid ja also ich muss jetzt noch ein paar dinge erledigen ich also jetzt in der nächsten stunde wird schwierig würde ich sagen da tut mir leid ne kommen sie aber gerne wieder nicht vergessen ja gibt lecker würstchen dann auch oh neu ja neu aber dafür muss ich jetzt mal meine lagerbestände kommen wenn die von cyprus mal ein bisschen mehr naja das muss jetzt nicht ihr problem sein aber dauert halt noch ein bisschen jetzt haben sie mich heiß gemacht jetzt muss ich auf jeden fall wieder kommen ja ja kommen sie für die würstchen wird gut wird eine gute sache für die würstchen immer gut sehr gut kommen sie kommen sie aus ruft oder wie sie aus bottrop komme ich aus bottrop ich komme aus oberhausen ja auch aus ober endet wieder hat es gibt den hannis ist jetzt ein bisschen unfreulich weil ich hier mache entschuldigung war mir eine freude ich muss leider weiter die nächsten termine warten ja wundere ich viel vielen dank für ihre hilfe nähe und wenn sie mal was neues im angebot haben melden sich gerne bei mir machen wir gerne und wenn sie etwas brauchen rufen sie uns an ja mache ich tschüss geht's ne dankeschön wieder schauen so oberhausen na aber ja das kann ich nicht ja nicht sehr der kommt aus oberhausen ne das ist ein feiner kerl ich satt ja ich sag mal so ich wissen jeden also brauchen ja und ich kann auch nicht jeden aus bottrop näher das wollte ich auch nicht gar nicht unterstellen ne so ist das nicht aber das ist ja schon schön ne da können wir können sie lecker currywurst bei sd und bratwurst und so geschichte da ich da bin ich gerade vorbereiten ohne witz ich hatte erst dahinten mit der japaner mit meinen japanischen kollegen über krillwurst pommes geredet da habe ich keine ahnung geben muss das muss das muss frisch aus dem ruhrpott muss das kommen da haben die haben die asiatinnen da keine ahnung von die können andere sachen dafür auch sehr gut ich würde mich niemals an dann so ne wer ist denn diese suppe mit wurde nudeln rein pfeffers und ei und so eine geschichte in ja fällt mir auch die garten hier ein ja das ist das können die ja gut aber diese solle mir hat mal mit der currywurst schon schön überlassen so ist das nicht ja vor allem jetzt ruhrpott im currywurst kann besser werden ja die wusspumpe die ist bald so ist das ja gut ja wunderbar aufsuchen demnächst ja ich wie gesagt ich stehe auch öfter hier haben die paar mit auf label sowieso nicht aber jetzt gerade ja gut da ist direkt mein arbeitsort wie bitte da ist direkt mein arbeitsort also sind sie hier eine von denen von den securities ja wunderbar da sieht man ja eine kleine garant ok ja da tut mir leid dass ich jetzt nicht über ich komme ich guck mal eben vielleicht habe ich ja doch noch was also die kunde ja ich hätte noch brezel und bütterkin zwei stück bütterkin wie viel kriegen sie dafür wollen wir dazu trinken bei haben na trinken braun die aber zwei bütterkin werden schon wirklich ok zwei bütterkin ohne getränke werden 14 dollar ein moment hast du das ist aber lieb wie lange legen so hier bitteschön zwei bütterkin ne danke dann lass ich schmecken oder kommen noch vorbei wenn es wüsking gibt ne auf jeden fall wunderbar da werden sie mir nicht mehr los ja wunderbar das klingt doch nach dem einer schönen sache dann wie gesagt ich stehe da vorne dann manchmal vielleicht komme ich heute abend noch mal vorbei wenn das mit dem füskis geklappt hat aber momentan sehe ich da leider schwarz ne aber diese woche auf jeden fall doch da machen sie mal keine sorgen also ich halte meine Hoffnung auf jeden fall offen wunderbar wunderbar gut dann wünsche ich jedenfalls eine schöne habe noch ich muss weiter ebenso schönen abend tschüss und viel glück danke war eben schnell noch zwei bütterkin verkauft restbestände so sekunde oh da kommen welche angerannt oh gott oh gott die wollen zu mir warum rennen die so die sehen mich die können die mich sehen ein bütterkin zwei bütterkin dann gehe ich über hinten raus so äh cypress 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 ich gucke nochmal eben ob ich den eddy erreiche das wird jetzt den ganzen abend einnehmen wahrscheinlich ich gucke ich gucke ich gucke ich gucke ich gucke Der, 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 der. Was hast du denn hier festgenommen oder was das ist? Sehr gerne in der Wanne. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja, Weasel News kommt dann erst mit dem Anwalt. Mit dem Anwalt habe ich heute völlig verkackt. GG Marcel. Aber, ähm... Ja. Du musst auch mal einkaufen, ne? Einkaufen, das weiß der Knussmann. Das ist sehr, sehr wichtig. Ganz besonders, wenn die Würskis da schon seit 3-4 Tagen in der Kühlhalle liegen und auf ihn warten. Hör mal. Das kann ja wohl nicht angehen, so was, ne? Die Würskis müssen verdichtet sein. So ist das einfach. So, wie das haben wir, wenn er on ist? Nein, 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 nein. Nee, nee. Wenn er on ist, dann muss er von sich aus mal mich anrufen und sagen, ich bin da und ich bin ready for dem Praktikum. Ähm... Ich habe dem Datum genannt. Und wenn er morgen auffällt, dann werde ich das Praktikum wohl beenden. Aber es war halt auch fies, dass wir jetzt keine Uhrzeit ausgemacht haben, ne? So ist es nicht. Also... Aber... Ja, weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen schwierig mit Uhrzeiten. Tage? Okay. Uhrzeiten? Na, weiß ich auch nicht. Muss man nicht machen. So. Gleich haben wir, ne? Bin ich... Bin ich überhaupt jetzt richtig gefahren? Bin ich richtig? Bin noch nie hier lang gefahren, oder? Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Knussmann wieder auf der Tour. Bald hat er ne neue Platte von Pur. Lena, du hast es oft nicht leicht. Da, die, 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 die. Guck mal, hier kannst du anmieten. Ist auch... Weil ist... Ist doch schön. Schönes Lager. Das ist doch sehr einladend hier. Direkt bei den Cyprus. Nee. Vielleicht... Ich fragte jetzt einfach mal. Wie weit die Kraft auch reicht. Danke. Danke. Das ist ja so einfach getert. ihr macht das schon im chat wir waren irgendwann chat karaoke dann schreibt ihr mir den text und ich singe ihn einfach so das sind auf jeden fall da ist einer da ist einer da ist einer das spiel minimiert und spielst du verminimiert na bin ich mal ein wunderschön na alles gleich geklärt hier in den cyprus alles gut hier ja die arbeiten ja hier habe ich ja richtig im kopf bei laden ja wunderbar wunderbar ich wollte meine lieferung abholen ich freue habe die frau dann leider nicht erreicht ja dies schwer zu erreichen ja ich sag ihr wie möglich dafür das noch machen oder ist das gerade schwierig ich wusste ich wusste kurz gucken in welchem lager sich das befindet aber dann hat ihnen bescheid gesagt dass das heute da ist ja ja das war schon vor vier tagen oder so da ich habe das nur nicht geschafft wir so wir waren zwar schon gleichzeitig unterwegs aber wir sind ja zeitlich hat das funktioniert nicht abholen ja okay dann gehen wir mal schauen wunderbar soll ich mit dem druck dahin mal hinfahren oder wir wissen auch nicht wo es ist von daher also okay ich hätte dann gleich auch theoretisch noch die ein oder andere bestellung die ich tätigen möchte kann ich ja bei ihnen auch machen wenn sie theoretisch für mich auch machen oder vielleicht das gucken sparen grüßt ich habe hier gerade in der knussmann auf dem hoch stehen weißt du in welchem lager seine lieferung ist okay lade rampe 3 alles klar danke dir gleich ja okay wer ist denn gerade unterwegs nino oder ja alles klar wasser alles da gebe ich so weiter so ja sie könnte sich schon mal in den truck einsteigen ja wunderbar ist er wieder hinten genau unten lade rampe 3 wunderbar wunderbar bestellen wir danach einfach nicht genau alle kärchen bis gleich bis gleich so zack wo dann war mal der wirst ist mal holen das wird aber auch langsamer zeit zeit für wirst geht zeit gewiss hier ja ja ich habe heute sprachfehler glaube ich ein bisschen bockig so lange welche ist dies hat die vorletzte was aber hier vorne vor den roten container hat bei den doppelsteckigen alles klärchen ja doch dann auch du heilige alter mein spiel minimiert sich die ganze zeit what the fuck was hat das ist ja nicht so geil jetzt im rp hier so kann eng werden ich hoffe das passt so haben sie bestellt ich hatte wirst kids und pommes bestellt die sollte da sein da war aber schon die frage ich weiß nicht ob das alles in den trug reinpasst ob man dann erstmal nur einen teil hier abholen oder mal teil hier lässt ich würde natürlich auch für eine kleinigkeit bezahlen für die lagerkosten oder soweit ja weil ich habe momentan keine möglichkeiten hat alles unterzubringen wenn wir gerne machen dann ich packe mal auf die palette drauf wasser drauf kriegen und dann schauen wir mal was ja das bei ihm reinkriegen ja ja wunderbar ist leider geschützt meine Andreas ich werde nicht den den die die di die Ich hatte das Problem, dass eine unsichtbare Anwendung im Vordergrund war. Wenn meine Maus an diesem Punkt war, hat sich mein Game minimiert. Ja, aber was für eine Anwendung denn? Da ist ja jetzt nichts großartig anders auf, als ich das sonst habe, ne? Okay, damit hätten wir schon mal abgehakt Schneidebrett und Bestellung Cypress. Autos suchen mit Hannes. Dienstagabend. Soll ich Ihnen helfen? Okay, Sekunde. Ja, Sie müssen sich ja direkt verstauen. Ah, ja, 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 Sekunde. So. Na? So. Gut. So, Pommes. Dann hol sie als nächstes Wurstkiss und ich glaube, dass ich es schon voll, ne? Alles klar. Danke. Wie viele waren das denn jetzt hier? 2, 10, 20, 30, 32. Channel switched. Channel switched. Ich weiß nicht, was das ist hier gerade. Das ist, äh, sehr merkwürdig. War irgendwas von Logitech. Ich hab ja nix von Logitech hier. Ja, wobei dort meine Tastatur ist von Logitech, aber die hat kein, keine, keine Software. Ja, das ist halt wirklich Album. Also damit den, also mich, am meisten stören mich aktuell die Pommes, ne? Zweier-Stacks Pommes, aber andersrum gesehen macht das halt Sinn, dass fertige Pommes nur als Zweier-Stacks bei normalen Spielern verfügbar sein können. So, aber, was soll ich machen? Ich hab das jetzt mehrmals angesprochen. Ich kann da auch nix hexen, ne? Ich muss halt entweder akzeptieren, wie es ist, oder wir machen was anderes. Das ist die Alternative. Äh, ein bisschen mies. Ba-ba-da-boo-boo, ba-da-ba-da-ba. So. So, Sekunde. Sekunde kurz. So. Sechs Würstchen, zwölf Würstchen, 18 Würstchen, 24, 30 Würstchen, 36, 42, 48. Äh, ich hab keine Lust mehr dazu zählen. Weiter. Mehr Würstchen, mehr Würstchen, soll voll is it. Mehr passt nicht rein. Bitte? Mehr passt leider nicht rein. Da ist jetzt noch zehnmal sechs sind da noch übrig, auf der Palette, ne? Okay. Dann tue ich die erstmal wieder ans Lager. Jawohl, machen sie erstmal, ne? Dann springen wir nochmal kurz. Ja. Uff. Also, wie viele Püscus waren hat jetzt? Ähm, 60, 120, äh, 132 bisschen. Wäre ja nicht blöd, ne, oder? Ah, ne, jetzt sind nur fünf, ach, ich bin, das ist bescheuert, 132. Das sind ja eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind 30, bin ich jetzt besoffen, 5 mal 36, ne? 30, 60 und 12, 72 sind das nur. So. Bescheuerlich. Warum dachte ich da jetzt ein Zehner hier? Keine Ahnung. Ich furze gerne in der Wanne. Jeder ist schön für den Zappmann, danke. Tü, 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 tü. Ja, wunderbar, vielen Dank schon mal, ne? Perfekt. Und die restlichen, die würde ich dann so nach und nach holen. Haben Sie vielleicht die Ahnung, ob es hier irgendwo die Möglichkeit gibt, dass man sich mal einen Lager anmietet oder sowas? Ja, Sie können theoretisch bei uns Lagerplatz mieten. Wo ich dann auch immer Zugriff drauf habe. Hast nicht. Da muss man ja nicht... Ja, das bräuchte ich halt, ne? Das ist ja das, was ich brauch. Hm, na gut. Wenn Sie das nicht wissen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, alle mit dem Platz da. Ne, aber dann muss ich mich da irgendwie mit arrangieren, würde ich sagen. Ich habe noch eine Bestellung. Tatsächlich. Noch eine ziemlich große Bestellung. Denn ich habe ein Rezeptbuch von meiner Mutti gekriegt. Die hat mir so ein paar Rezepte zugeschickt. Von früher aus unseren Imbis. Und da bräuchte ich ein paar Zutaten. Dann schießen Sie mal los. Gut. Wenn Sie irgendwas nicht haben oder schwierig zu besorgen ist, dann sagen Sie Bescheid. Ne, also. Fangen wir mal an. Ich bräuchte. Mortadella. Mortadella. Käse. Käse. Butter. Butter? Genau. Brötchen. Klingt fast wie ein Sandwich. Ja, das wird ein Butter gehen. Ach so. Das ist das erste Rezept. So, dann habe ich gehört, die Einzelheit, die kann ich auch bei Ihnen kaufen. Da brauche ich auf jeden Fall Mayo und Ketchup. Mayo und Ketchup. Mhm. Dann brauche ich Zwiebeln. Äh, Sie lassen Sie mir mal kurz gucken. Currypulver. Currypulver. Genau. Dann habe ich die Frau dann schon gefragt. Da weiß ich nicht, ob die das schon gemacht hat. Schreiben Sie mal in Klammern auf Giros. Oder nee, Sekunde. Sekunde. Ich habe das Rezept von meiner Mutter gekriegt, die für Giros. Da habe ich mich ein bisschen... Sehr gut. Äh, Sekunde, dann lassen Sie mir mal kurz gucken. Ich habe Schweinehack. Schweinehack brauche ich. Schweinehack. Dann Eisbergsalat. Eisbergsalat. Hab ich. Dann rohes Schweinefleisch. Gesundheit. Mensch. Dankeschön, dankeschön. Ja, kein Problem, ne? Er hat sich angekündigt. Ja, das... Das muss mal raus. Das ist schon durch. Wo ist Schweinefleisch? Genau. Speiseöl. Okay. Knoblauch. Hört das noch auf heute? Ja, wir sind... Ja, das dauert noch. Ich will... Ich will zumindest mal alles einmal gemacht haben, damit ich da mal gucken kann, wie was ankommt. Das ist natürlich platztechnisch bei mir auch gerade eine Katastrophe, aber dann müssen wir dazu nacheinander. Dann haben Sie es aber schon mal hier, sagen wir mal so. Und wenn Sie dann Ihr Lagerkosten haben, sagen Sie einfach Bescheid, würde ich sagen. Mhm. Wo war man Knoblauch? Ne, haben Sie schon? Knoblauch. Knoblauch habe ich. Oregano? Oder Oregano? Oder wie das heißt? In Origami. Das ist das mit dem Papier, ne? Das hat mein' ich aber nicht. Kleiner Spaß am Rande. Also, also, ja. Ne, das mach' ich aber nicht. Äh, das Oregano. Äh, Thymian. Thymian. Rinderhack. Und rohe Eier. Und dann sind wir auch schon durch. Rinderhack und rohe Eier. Ja. Ja, das sind ja jetzt alles keine exotischen Dinge. Das ist richtig. Das kriegen Sie hier vielleicht auch um die Ecke irgendwie einfach. Da müssen Sie vielleicht kein Schiff mit rausschicken, ne? Äh, was brauchen Sie da denn für, äh, für Anzahlen? Ja, das, wie gesagt, wenn ich ein Lager hätte, würde ich Ihnen hier eine große Menge abnehmen, ne? Aber so wie es jetzt aussieht, würde ich erstmal dann bei jedem vielleicht fünf sagen. Also, ich gucke einfach nochmal über die, über die, ähm, lassen wir mal überlegen. Äh, also Pomme, äh, Mayo, Ketchup machen Sie auf jeden Fall schon mal, äh, 20 pro. Würde ich auf jeden Fall sagen. Das, das, das brauche ich definitiv. Dann, ähm, oder waren sogar 50. Und Curry, dann jetzt. Und, äh, Currypulver machen Sie auch nochmal 30. Currypulver 30. Weil dann habe ich nämlich ganz sicher schon mal Currywurst, Pommes, Bratwurst. Das sind schon mal drei wichtige Gerichte, die brauche ich alle dringend, äh, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, das ist richtig. Was, was passiert sonst? Ja, sonst verkaufe ich halt nur noch den, den, den Schrott, den ich aktuell verkaufe. Ne, dann wollen wir ja auch nicht. Ach so, ich dachte, da bricht irgendwie der Wurstkrieg aus oder so. Ne, noch nicht. Das kann ich Ihnen nicht versichern, dass das nicht passiert. Aber, ne, wollen wir mal nichts beschwören hier, ne? Also, je fünf Stück, außer Mayo, Ketchup, jeweils 50 und Currypulver 30. Ganz genau. Die Preise, die müssen Sie wahrscheinlich erst mal raussuchen für alles, ne? Ja, die habe ich jetzt ad hoc nicht dabei. Okay. Ne, das wäre auch schön, wenn ich mir die einmal dann aufschreibe, dass ich dann weiß, wie viel ich dann kalkulieren kann pro Produkt und so eine Geschichte, ne? Aber die Preise sind Ihnen quasi egal jetzt, ne? Also, Sie wollen das definitiv haben. Ja, 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 also, wenn das jetzt nicht irgendwie so eine Portion Currypulver über 50 Mark kostet oder so, dann reise. Ja, ja, ja. Ne, aber wenn die Preise so sind wie bei den Würskis und den Pommes, dann ist das schon okay. Perfekt. Haben Sie denn da auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich mal da eine andere Art von Pommes irgendwie besorgt, die ein bisschen platzsparender sind? Irgendwie so, die ich da selber noch in eine Fritteuse haue oder so. Ich meine, so wie ich weg. Ja, genau. Ja. Mal schauen. Das wäre nämlich schon mal eine gute Sache. Ne, die kleine Portion, das ist zwar schon gut, aber das ist für den Druck ein bisschen schwierig, alles, ne? Ja, das kann ich nachvollziehen. Aktuell haben Sie noch 28 Würstchen und 168 Pommes bei uns eingelagert. Wunderbar. Soll ich das schon mal bezahlen, alles? Das wäre nicht schlecht. Dann sagen Sie mir mal den Betrag, den Sie mir da komplett einmal von mir kriegen, dann kriegen Sie schon mal die Überweisung. Gut, dann machen wir das später. Später? Müsste ich im Büro nachgucken. Okay, dann rufen Sie mich einfach an, ne? Machen wir so. Wunderbar. Nummer haben Sie ja, ne? Ja, die Leitstelle. Und wie war ja noch mal Ihr Name? Entschuldigung. David Connors. Ah, da ist er, ja, 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 genau, die Nummer habe ich auch. Ich meinte eigentlich Kontonummer. Ach so, die Kontonummer habe ich bei der Frau dann noch in den Verlauf, glaube ich. Lassen Sie mich mal kurz gucken. Ja, das schickte ich Ihnen nochmal mit. Das ist die 27927244, ist er richtig? Hört sich erst mal richtig an. Mir auch nicht jeden Tag an, vom Schlafen gehen. Ne, kennen Sie nicht auswendig. Du musst nur Geld verdienen. Ne, aber das müsste die ja sein. Ich weiß immer, wo es steht. Wunderbar. Ja, 27927244, ist richtig, ja? Ja, genau, wunderbar. Dann habe ich die noch. Das sei gerufen. Jetzt an hier. Ach, meine Anwältin. Äh, gut, dann, wir sind natürlich soweit, ne? Richtig. Gut, dann schönen Abend, ne? Tschüss. Töö. Knussmann. Ja, guten Tag, Herr Knussmann, hier ist Frau Kingsley. Ach, Frau Kingsley, wegen viel, großes Entschuldigung, dass ich das heute nicht geschafft habe. Da tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Ähm, ich hätte jetzt aber Zeit, wenn Sie Zeit hätten. Ja, wir hätten auch jetzt Zeit. Ja, wunderbar. Soll ich dann einmal vorbeikommen? Äh, ja, die Frage ist, wo sind Sie denn gerade? Ich bin gerade bei den Cyprus und habe meine Würstkes abgeholt, ne? Ähm, okay. Sollen wir uns sonst am Pier treffen oder wo wäre es in die? Am Pier? Ja. Ja, das klingt doch gut. Das ist doch eine schöne Location da, ne? Da kann man auch nicht schön, dann, das Märchen angucken. Dann machen wir das so. Dann komme ich jetzt zu dem Pier, ne? Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich, tschüss, geht's. Hat das doch noch geklappt. Wunderbar. Oh. Knussmann. Hallo? Knussmann? Wunderschönen guten Tag, Herr Knussmann. Äh, Jones hier. Sie wollten mich eigentlich anrufen. Ich habe es leider nicht mehr so viel Zeit. Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ne, Sie haben einen Locationwechsel, ne? Richtig, richtig. Ich weiß nicht, wie lange Sie brauchen. Das dauert vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, je nachdem. Das würde nicht lange dauern, tatsächlich. Okay, wo soll ich hinkommen? Dann verschiebe ich die Termine nicht jetzt noch. Hab nur mal um eine halbe Stunde. Ne, halbe Stunde brauchen Sie gar nicht. Es geht bloß da. Ja, okay. Wissen Sie, Ponsenby ist die Kirche da nördlich. Also tatsächlich sehen Sie es. Wenn Sie beim Ponsenby sind, Norden, bei Weinwood, Rockwatt-Hilster. Und dann, wenn Sie einfach die Straße, an der da liegt, noch ein Stückchen weiter nach oben fahren, dann sehen Sie es eigentlich gleich. Das dürfte nicht übersehen sein. Eine Kirche mit zwei großen Türmen. Soll ich einfach mal kurz zu dem Ort fahren, den wir abgemacht hatten? Da eine Kirche an dem See, ne? Ne, 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 ne. Ponsenby ist. Wissen Sie, wo der ist? Ne, was ist das? Der Klamottenladen. Der Klamottenladen. In Brock, also. Hat das ich sah an, wie die Parmen of Labor in der Gegend, ne? Ja, richtig, in der Nähe davon. Also wenn Sie von da aus nach ihr Osten gehen. Ja, 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 genau. Da ist ein Ponsenby ist. Und wenn Sie da die Straße, an der da liegt, noch ein Stückchen nach oben fahren. Da ist so ein Gebäude, was aussieht wie so ein Tee. Ja, ja, ja. Und dann dem, dann dem müssen, dann, da müssen Sie hin. Soll ich da jetzt mal kurz hinkommen? Ja, genau, da ich, ich warte auf Sie. Okay. Ich sage da trotzdem Bescheid, dass ich noch zwei, drei Minuten bei den anderen mehr, äh, länger brauche. Ne, damit die mich nicht vermisst sind. Gut, bis gleich dann. Tschüss. Danke schön. Tschüss. So, Gottes Willen, die alle auf einmal. Guten Tag, Herr Knussmann. Ja, Knussmann hier nochmal. Äh, ich wollte noch kurz Bescheid sagen. Ich komme fünf Minütchen später. Ne, nicht dazu auf mich wartet. Ich muss noch mal einen Schlenker fahren, weil da ist noch ein Kunde, der musste mir noch ganz kurz irgendwie eine andere Location zeigen. Das ist aber eine Gegend von den Pieren, ne? Okay, ja. Ich fahre da nur ein Schlenker mehr und, äh, nicht dazu nachher da umsonst warten oder so, ne? Nein, 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 alles gut. Bis gleich. Tschüss, gehst. Bis gleich. So, jetzt aber. aufgezählt habe. Habe ich, habe ich so, muss ich so ein bisschen aufstoßen. Wo soll ich die ganze Scheiße lagern, Alter? Das ist doch alles schön und gut und das, ach, um. Scheiße. Wir brauchen nicht. Ich brauche einen Immiss. Ich brauche einen Immiss, Alter. Ich glaube, ich muss mit dem Hannes, äh, irgendwas machen. Der Martin. Vielen, vielen Dank. Für den Sub. Das ist jetzt auch wieder unfair, dass ich dich vorgelesen habe und alle anderen nicht. Aber, wie gesagt, ich, wir werden gleich noch alle, alle erneinander, aber trotzdem danke für den Sub. Ich weiß, wie ich meine. Danke, danke, danke. Ähm. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mich vielleicht nochmal mit dem Hannes zusammensetzen morgen. Das ist, äh, nicht tragbar, nur mit dem Foodtruck, was ich da gerade mache. Currywurst, Pommes, also diverse Gerichte auf jeden Fall. Ich wollte auf jeden Fall Bütterchen beibehalten, ja. Ich wollte auf jeden Fall Bratwurst mit Pommes und Currywurst mit Pommes und Getränke, ja. Und dann vielleicht noch Pommes mit Mayo und Ketchup anbieten. Aber, ähm, äh, wo soll, also, ich hoffe, dass man zumindest die Soßen, ne, Mayo, Ketchup, Currypulver auf 100 oder so stacken kann. Das war ein krasser Move. Muss man ihn ihm lassen. Da ist so ein krasser Move. Weil sonst weiß ich wirklich nicht mehr, wohin. Also, es wäre schon mal große Hilfe, wenn wir zumindest so 50er Säcke Pommes hätten. Das wäre eine sehr große Hilfe. Ja, gut. Schöner Pfarrplatz. Keine Nachspeise, wir wollen, eine Nachspeise bräuchten wir eigentlich auch, ne. Aber auf eine Nachspeise kann ich zur Not verzichten. Weil, ähm, ich weiß es nicht. Ich wirklich nicht. Also, es macht ja auch Sinn, dass ein Foodtruck nicht 12, 20 verschiedene Gerichte hat, ne. Ich habe jetzt erstmal die Gerichte alle anfertigen lassen und ich würde die auch gerne jeweils einmal machen, ne. Um die einmal gemacht zu haben. Ähm, gerade auch, weil ich halt, ähm, versprochen habe, dass ich halt Icons baue für die Gerichte, die wir dann haben. Weil dann ist das halt sowas Spezielles für uns, ne. Klar kann dann jeder auf dem Server hingehen und Frikadellenbrötchen machen, aber... Es ist dann schon irgendwie mit dem Stempel Knussmann und, äh... Und dann kann ich da auch Grafiken für und so weiter anrichten, aber, ähm... Ach, ich weiß das nicht, Freunde. Boah, das ist schwierig. Der ist schwierig. Naja. Wollten wir mal, ne. Wollten wir mal gucken, was das wird mit den Foodtrucks. Vielleicht brauchen wir einfach 10 Foodtrucks und jeder verkauft, was andere ist. Dann passt das schon alles, ne. So. Ger, ger, ger. Wo fahre ich dir jetzt eigentlich hin? Ich habe das schon, ach, so eine Kirche, ne. Ich habe das gerade schon wieder komplett vergessen, was wir gerade machen. Der Pfarrer wartet auf uns. Mensch, Schützkinder. Wo steht mir der Goppe mal? Ah, Kirche. Da sieht man an der Kirche aus, hier. Nach der Kirche. Da steht er auch, glaube ich. Dann drehen wir mal ein, Mann, ey. Äh, jawohl. Na, bin. Oh, schönen guten Abend, Herr Knussemann. Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Ja, ist heute ein sehr stressiger Tag tatsächlich, ne. Ne, wissen Sie, kein Problem, kein Problem. Ne, es geht einfach auch darum, ich bespreche sowas ungern am Telefon. Und ich weiß nicht, wie Sie morgen kommen und wie das morgen zeitlich alles klappt. Genau, genau. Deswegen würde ich es am liebsten heute schon alles abklären. Äh, ja, es geht tatsächlich um Gucken. Schauen, wo Sie vielleicht am besten sich hinstellen, weil, ähm... Dann ist hier der Haupteingang, ne? Quasi, richtig. Wolle ich doch auch schön. Ja, es ist wirklich schön, muss ich wirklich sagen. Es ist schön geworden. Ich habe aber die Schlüssel dafür noch nicht. Dementsprechend können wir da noch nicht rein. Kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen mal, wo das morgen alles stattfindet. Ja, machen Sie mal. Oder hier. Gehen wir hier hoch. Also, ich hätte mir jetzt aufgeschrieben, 19.30 Uhr sollte ich schon hier sein, ne? Das ist ja richtig, ne? Ja, so ungefähr, wenn es jetzt nicht ganz ist. Ich sage mal, ich denke mir auch, dass wir morgen nicht ganz um 20 Uhr anfangen können. Das ist ein bisschen später sein, weil sich jetzt in der Location geändert hat. Ja, gut. Bis das die Leute quasi... Also, ich werde irgendjemanden abstellen müssen, der da quasi da hinten an der alten Location steht und die Leute hierher schickt. Ach Gott, ja gut. Was hat sich denn da geändert? Haben Sie die größere Kirche jetzt doch gekriegt, oder was? Ich wollte eigentlich die andere haben, aber da gibt es schon einen Vertrag mit irgendeiner anderen Kirchengemeinde angelegt. Ah, okay. Und die gehört jetzt irgendjemand anderen. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Also, ich weiß noch, ich habe nur leider die Person nicht betroffen. Ich wurde so gerne in der Wand. Das ist ein Erbvertrag und die wird es halt nicht mehr... Die hat keinen aktiven Pfarrer mehr, aber das Grundstück gehört halt niemandem. Ja gut, aber ich meine, hier haben Sie es ja auch ziemlich schön, muss man mal sagen, ne? Ich sage mal so, hier, das ist jetzt der Krone, der in Anführungszeiten große Inhoch. Ja. Hier wird es ja morgen stattfinden. Das ist die Sache, wo Sie sich am liebsten hinstellen möchten. Also, ich sage mal so, bis wir anfangen morgen, ich habe 20 Uhr geschrieben, ich denke mal so, das ist 20.30 Uhr los, also richtig losgehen wird. Ja, ja, ja. Kommt mal ganz kurz mit. Und also, die machen hier draußen den Gottesdienst, habe ich das richtig verstanden? Ja, ne? Ja, genau hier draußen den Gottesdienst. Ah, das ist okay, okay. Ne, gut, das ist ja wichtig zu wissen, wo die Leute dann rein und raus gehen. Richtig, richtig. Ne, also ich denke mal so, genau, so wäre halt die Überlegung. Ich weiß nicht, weil ich weiß halt nicht, wie hier, wie schwer ihr Wagen ist und wie sie den abstellen können. Auf dem Parkplatz wäre es okay. Also ich habe mich schon mal umgeguckt. Also gut, die Leute können hier am Rand überall parken, theoretisch. Da wird man halt machen, kann ich halt, äh, darf man mal, wer ruft den jetzt an, ey, der Eddie nimm. Hallo, Mann. Nein, nein, Eddie? Ja, ähm, ich rufe die sofort zurück, ich habe gerade einen Termin, ne? Oh, darf ich nicht arbeiten bei dir? Doch, doch, das machen wir gleich, ja. Ich habe gerade nur kein, ist schwierig. Bis gleich, tschüss, gehst. Bis gleich, kann. So. Ähm, wenn wir vorne an der Straße sagen, da ist zwar der Bürgersteig, aber wenn ich mich da so halb auf die Wiese hinten und dann auf den Bürgersteig, das sollte eigentlich passen, ne? Ja, wenn nicht, da wo sie jetzt stehen, theoretisch auch. Also ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe mir halt so überlegt, wenn sie gucken, da oben, da, da ist ja ein Parkplatz da oben, diese Erhöhung. Ach, halt, ich den Parkplatz, ja? Ja, ich glaube ich. Also ich war davon traurig, dass in jedem Fall ein paar Parkplätze sind da so sieben oder acht Stück sind da theoretisch. Äh, wenn sie jetzt da vorne stehen, wo sie jetzt stehen, wäre eigentlich auch ganz, also momentan, ich sage mal so, noch geht's, ja, weil noch ist der Eingang ja da vorne, ähm, ja, ich komme ja momentan noch nicht rein. Ja, schade. Ähm, ja, jetzt ist jetzt die Frage, ob da nicht schlauer wäre, dass man die Leute sagt, dass die da oben parken sollen und ich nehme mir dann den Platz hier vorne, weil dann ist natürlich auch angenehmer, weil die Leute dann hier auch direkt bei den Ballierlichen Leute was essen können, ne? Ne, das passt tatsächlich, da müssen Sie ja gucken, am besten stellen Sie sich, ich weiß nicht, ja doch, machen, stellen Sie sich am besten da drüben hin. Ähm, ich weiß halt leider nicht, ich glaube, das gehört den Heinis da drüben, ich kenne den nicht, die haben Sie mir noch nicht offenbar, sagen wir es mal so. Kann man sich da keine Sorgen drum, ne, ich bin ja viel unterwegs und ich stelle mich ja auch oft an den Straßenrand, also ich stelle mich da vorne hin und da wird auch keiner was sagen, ne? Dann werde ich früh genug da sein, hat die Leute mich hier nicht zuparken und wenn genug Parkplätze gebraucht werden, dann sagen wir, dann soll sie da oben parken und dann machen wir das so, ne? Dann haben Sie den Stress nicht und ich habe dann ein Plätzchen, wo die Leute mich auch finden, ne? Äh, genau, äh, die Sache mit dem Einplan, ich weiß jetzt leider noch nicht genau, wie viele Leute kommen, ich rechne mal, also mindestens 30 Leute rechne ich. Mhm, mhm, mhm. Und werde mich dann nur auf Bratwurst im Brötchen, äh, mit Pommes, Entschuldigung, mit Bratwurst und Pommes beschränken, ne? Ähm, weil da bin ich momentan dran und da müssen sowieso mal ein paar Leute probieren, ob das schmeckt, wie es soll und dann, äh, biete ich denen das mal an, da habe ich nämlich alles schon für da, dann bereite ich die Sachen schon vor und dann würde ich dann morgen Bratwurst, Pommes, ähm, Wasser und, ja gut, Bier brauchen wir nicht unbedingt, das kann ich auch da lassen, vielleicht noch ein paar Limos, aber ansonsten, dann ist das gut, würde ich sagen, ne? Da bringen sie reichlich mit, ich denke, die Leute werden irgendwann dann Hunger bekommen, wenn sie länger stehen. Ja, da will ich mal hoffen, gut, dann gucke ich mir das mal an, dann, ähm, sehen wir uns morgen hier, das muss ich mir dann gleich auf jeden Fall noch notieren, dass ich nicht auf der anderen, bei der anderen Kirche lande, aber sie sind ja morgen bestimmt auch erreichbar, so ab 7, 8 Uhr, ne? Ja, ja, ich denke mal, ab 7 Uhr werde ich erreichbar sein oder vielleicht sogar schon früher und dann, ähm, okay, wunderbar. Auch langsam den Vorbereitungen beginnen, obwohl ja eigentlich schon alles abgeschlossen ist. Okay, wunderbar. Gut, da bin ich mal gespannt, weil da morgen wirklich freue ich mich und, äh, dann, äh, alles Gute, wir sehen uns noch morgen, ne? Ja, dankeschön, danke, dass du noch mal Zeit gefunden hast. Ja, eh, kein Problem, der Tubeleiter zu sich so lange warten musste, ne? Ja, ist okay, ist okay, macht nichts. Wunderbar, dann schlafen Sie mal gut, ne? Schönen Abend, tschüss, ich wünsche noch einen schönen Abend. Okay. Wir müssen gleich definitiv noch das Menü machen, das Neue. Zumindest die Preise, Bratwurst, Pommes, Getränk als Menü oder Einzel halt. Und dann müssen wir braten. Und wenn ich, wenn das wirklich der Fall sein sollte, ne? Was hab ich denn? Ach so, das wird nicht mehr angezeigt. Hä? Alter, was ist denn jetzt? Warum kriegt man ein Auto nicht mehr auf? Oh, nee, was? Jetzt ist der noch da, jetzt kann ich mich nicht mal, kann ich nicht mal ausloggen. Dann ruhig eben Eddie an. Hallöchen, so Eddie. Wie sieht das aus da drüben? Sieht richtig schön aus. Ja, ist schön, ist schön. Nee, ich hab mich schon gewundert, ob du heute noch kommst zu dem Praktikum, ne? Ja, ich schwimm ein bisschen in der Langschläfe. Ja, nee, da müssen wir mal gucken, dass wir da mal eine Uhrzeit festlegen für morgen, ne? Ja, können wir auch wachen. Ja, können wir wachen. Ich hab nur ein bisschen, ich war ne Wüte. Ja, nee, ist ja alles okay. Pass mal auf. Ich hab zwei Probleme. Das erste Problem ist, ich hab jetzt gleich einen Termin, ne? Also, dann müssten wir uns nach dem Termin gleich treffen. Zweites Problem ist, ich hab noch keine... Ja, Sekunde mal kurz, Eddie. Ja, bitte. Ist das ihr, ihr Wagen? Das ist mein Wagen, ja. Was fällt Ihnen ein, guter Mann? Entschuldigen Sie. Was fällt Ihnen ein, dass Sie da von diesem Gotteshaus Ihre... Jetzt beruhigen Sie sich mal bitte. Entschuldigung, ich hab mich gerade mit dem Pfarrer... Entschuldigung, jetzt beruhigen Sie sich mal. Ich hab mich mit dem Pfarrer getroffen, ich mach hier morgen das Catering für die Kirche, ja? Also, bevor Sie jetzt irgendwelche Anschuldigungen machen, dann denken Sie mal zweimal erst mal drüber nach, ja? Ja, ich weiß auch nicht. Der ist auf einmal der... Ist ein sehr vielschichtiger Mann, der ist plötzlich weg gewesen. Ist auch egal. Dann würde ich sagen, ich rufe dich an nach dem Termin. Das zweite Problem ist die, ähm, die, äh, die, die Leitstelle mit den Lieferservice, die, die gibt es noch nicht. Also, das heißt, ich muss dich irgendwie erst mal anders beschäftigen, ne? Äh, ich kann Leute einrufen und fragen, ob die was essen wollen. Ich hab richtig viele Freunde. Okay. Gut, pass auf, dann rufe ich dich gleich nach dem Termin an, dann setzen wir uns mal zusammen und dann überlegen wir uns mal was, ja? Okay. Wunderbar. Dann schönen Abend, ne? Äh, ebenso. Tschüss, Gis. Tschüss, Gis. So. Ich furze gerne in der Wanne. Guten Abend. Ich krieg den Truck nicht mehr auf. Boah, Alter. Ich, ich könnte... Ey, heute, heute ist... Das ist wirklich der Wurm, dann krieg ich den Kofferraum nicht mehr noch auf. Der Kofferraum geht noch auf. Komm, man wurde abgeschlossen. Jetzt geht's... Ey, keine Ahnung, was hier heute los ist. Gut, dann fangen wir mal schnell zum Pier. Die warten bestimmt schon. So, meine Güte, meine Güte, meine Güte, Freunde. Aber erst mal auf. Aber erst mal aufregen. Wie kann ich es mir... Also, wie kann es sein, dass ich vor dem Gotteshaus parke? Auf den Parkplatz dann auch noch. An der Straße. Können Sie sich das vorstellen? Mit dem Auto. Und das ist auch noch ein Furtrag. Der verkauft noch da ist denn da drin. Das ist doch wohl nicht so fast. Also, mein Schatzkinder. Können Sie sich das vorstellen? Also, die Leute, die machen auch wohl nix mehr halt heutzutage, ne? So eine Schweinerei aber auch. Ich, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. So eine Schweinerei. Das ist ja wohl... Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Das ist wichtig. Damit wir auch mal was vorantreiben. So, jetzt lass ich mich mal kurz. Ich muss mich nochmal im Sammeln. Jetzt seid ihr mal ruhig. Seid ihr mal ruhig jetzt? Also, da ist man da reingefahren. In den Truck. Ich hab's aber noch nicht geschafft. Da den Kostenvoranschlag zu machen. Weil der Schiff dafür da sein musste. Dann will ich noch mit denen über Weasel News reden. Und erzähl denen die Geschichte von dem Weasel. Und möchte gerne bei Weasel News... Ja. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Der Dude hat aber gutes RP gemacht. Ja, aber wie random einfach. Jetzt rennt er mit dem Schild durch die Gegend. Und schreit die Apokalypse ist nah. Ja, ihr Sündiger, ihr Sündiger. Schuhe ohne Socken ist eine Sünde. Warum wollen die mich überhaupt hier am Pier treffen? Ist das nicht ein bisschen... Sind da die... Können wir hinkommen, ne? Na, bin ich bei Ihnen richtig? Ja. Sind die ja Knussmann? Ich bin ja Knussmann, alles korrekt. Dann sind sie hier richtig. Ja, schön, dass sie warten musste. Das war jetzt gerade... Ich hatte nur das Problem mit dem Auto. Und meine Güte, das ist aber auch ein Chaos hier momentan. Kein Problem. Schön, dass sie es geschafft haben. Schön, dass sie es geschafft haben. Dankeschön, Dankeschön. So. Ja, wie fangen wir an? Dann ein bisschen. Ja, deswegen wollen sie mich genau engagieren. Also, es gibt zwei Gründe, ne. Das ist eine... Also, einerseits brauche ich allgemein Anwalt. Das ist eine schöne Sache. Und ich habe jetzt momentan zwei Anzeigen offen. Das ist einerseits eine Kleinigkeit für auf den Finger hauen. Und das andere ist schon, ja, eine ziemlich große Sache, die jetzt schon eine ganze Weile läuft, wo aber nichts passiert. Und da will ich auch mal gucken, dass auch mal da das irgendwie vorangetrieben wird. Das eine, was relativ einfach abzuwickeln ist, ist, ich stand einen Abend am Polizeidepartement und habe dann mit meinem Druck dahinten, habe ich verkauft. Und dann ist mir ein Taxifahrer komplett hinten in das Auto reingefahren. So. Ähm, da habe ich sie ja auch hier. Die Dame habe ich ja wahrscheinlich dann angerufen an den Abend. Und, ähm, da habe ich halt Anzeige erstattet, weil ich wollte eigentlich nur von den Kollegen eine Entschuldigung, weil Gott sei Dank ist nicht viel passiert, ne. Und, äh, der hat sich aber dagegen gewehrt, hat gesagt, ne, mach ich nicht und war dann frech auch noch dabei. Und da habe ich gesagt, ne, ne, dann mach ich jetzt eine Anzeige, ne. Und, äh, das wäre einmal das eine, ähm, was jetzt aktuell ist. Und das andere wäre tatsächlich, ich, äh, habe Anzeige erstattet als, ähm, der ehemalige Chefredakteur von der Wieselnuss, ich, Herr Jons oder so hieß der, der hat, ähm, einen riesen Schmierenartikel über mich verfasst und mich in der ganzen Stadt bloßgestellt mit Lügen ohne Ende und das ist natürlich ein Thema, das, äh, möchte ich jetzt auch nicht so unter den Tisch kehren einfach, ne. Ja, genau, das ist wahrscheinlich hinterher wie ein Rufmord. Richtig, ganz genau. Okay, wissen Sie den Nachnamen noch, äh, von dem Herrn Jones, wie Sie ihn nannten? Ja, Herr Jones, dieser tatsächlich. Äh, Nachnamen? Jones. Vorname weiß ich allerdings nicht mehr, Wilhelm oder sowas, oder Wilhelm oder irgendwie sowas. Ja, 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 ähm, da kann ich Ihnen gleich sagen, der wird wegen Abbefehl gesucht, ist aber momentan unangetaut. Ja, ja, aber das ist, ähm, ich habe bis heute noch keine Entschädigung von den Wieselnuss bekommen, ne. Also, ob das jetzt vielleicht auch schlau ist, dann die Wieselnuss direkt zu verklagen, weil ich habe wieder eine Gegenddarstellung bekommen, wie mir das versprochen wurde, noch mal irgendwie anders in der Entschuldigung. Äh, das ist jetzt einfach so unter Tisch gefalle, ne. Und für mich ist das halt immer noch eine Rufschädigung, ich werde da immer noch drauf angesprochen und so, ne. Ja, 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 ich kann mir Ihren Unmut gut vorstellen, nur dann würde ich den Herrn Jones belangen, gegen den Sie auf eine Anzeige wahrscheinlich gestellt haben, wegen Rufen. Ganz genau. Warten Sie, Moment. Ja, und welche. Hallo. Stell mal hin. Ja. Ja, okay, aber ich könnte nicht mehr zu welcher Tackenstander. Der Foodtruck, der hat er nicht mal einer, aber ich habe gerade geschlossen, da tut mir leid. Okay, danke, danke, tschüss, gs. Ja. Warten wir noch, Moment, da muss ja nicht jeder mitkriegen. Nee, das ist wahr. Genau. Also, ja, gegen den Herrn Williams gut, ja, wenn sie seine Anzeige gestellt haben, wird das eh erst mal strafrechtlich abgewollten. Ja. Das heißt, der Herr wird vor Gericht gestellt, der Herr wird dann ein Urteil bekommen und anhand des Urteils kann man eine Zivilrechtslage wegen Schanzersatz stellen. Okay, also da hätte ich es jetzt nicht so einfach mal eben gemacht, ja? Korrekt. Kann man da der wenigstens bei den Wiesel News mal irgendwie eine Gegendarstellung verlangen oder so weit? Verlangen kann man. Man kann es probieren. Und aber anhand des Urteilswesen natürlich noch einfacher. Ja, ja, das stimmt schon. Ach Gottchen, also wird das jetzt schon eine Tirade, das Ganze zu tun. Ja, das wird nicht einfach. Ja, 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 ja. Aber hat er sich jetzt abgesetzt? Sie sagen, der wird gesucht? Ja, der hat ein Abgefehl und wird gesucht, aber so wie es mir erzählt wurde. Es sei in den Hafenbecken reingesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Ach, was auch kommen wir nicht, da kann er jetzt nicht so einfach von, 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 damit durchkommen, da ist ja wohl, scheint so. Vielleicht hat er sich abgesetzt nach Mexiko. keine ahnung wurde ist auch ein mensch ich hätte direkt eine steuern soll ich habe ich habe geahnt ich hätte direkt eine steuern sollen dann hätte dann hätte ich jetzt weniger druck auf dem armen na gut dann naja dann können wir uns da schon mal erst mal wollen sie sich ja trotzdem unter thema kümmern wenn es dann soweit ist wenn es soweit ist kümmere ich mich gerne um das thema wenn sie dann da informiert wenn sie sich da eintragen irgendwo da wird ich dann informiert und ich rufe sie dann an sie werden informiert sobald er geschnappt wurde und die entsprechende prozess gemacht wir kriegen sie eine vorlage als beschädigter okay wenn das jetzt sich so weit hin zieht und ich jetzt zu den wiesen und sage entschuldigung wie sieht das aus und die sagen wir machen wir nicht also ich ja noch also wir können natürlich dann noch mal hingehen noch mal druck machen sagen sie haben jetzt ein anwalt eingeschaltet sie würden das aber gerne außergerichtlich noch mal klären ansonsten sehen sie sich gezwungen rechtliche schritte einzuleiten und dann sind wir klagen wie sie dann sollt genau okay also machen wir dann eine neue anzeige das ist ja das kann man natürlich machen eine anzeige nicht sie gehen da persönlich einfach vorbei und drohen mit einem anwalt also also das so anzeige ist nicht direkt mit ihnen davor gehen sondern ist nun mal die polizei ne 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 sie gehen es nach wiesel news und verlangen noch mal eine gegendarstellung aufgrund des artikels ja da sie ja schon mal eine gefordert haben und sagen sie dass sie ansonsten rechtliche schritte einleiten gegen diese news wegen rufmordes machen sie dann noch mal ein bisschen druck und die meisten klinge ein sobald sie hören rechtsanwalt und krisenklage okay 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 ne gut das ist so das ist eine schöne sei da mache ich das erst mal wie gehen wir weiter mit denen mit den typen vor dem mir da in die karre gefahren ist ja genau ich denke mal da ist dann das hauptthema für uns erstmal nicht genau ja da können wir natürlich schlanzersatz fordern haben sie zeugen dafür ja ich habe dass sie mich überlegen hat zwei zeugen waren dabei aber der handel ist und einmal so ein fremder er hat aber seine daten alle bei der polizei gelassen das müsste mit in der anzeige stehen ach das was für eine anzeige haben sie denn da gestellt ich habe gesagt ich will eine anzeige erstellt hat der kollege polizist hat dann alle befragt die zeugen aufsagen ausgeschrieben der typ der das gemacht hat er hat ja auch direkt ausgesagt und dann hat der polizist mit ihre nummer gegeben hat gesagt alles weitere machen sie mal besser mit ihren anwalt okay ja gut dann werden da die zeugen aufsagen drängen waren sie schon beim atl es und haben dann kostet voranschlag kosten ja genau was ja ich habe ich also ich war da aber dann war der 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 chef von den lade nicht da und haben die gesagt ich soll noch mal dann wieder kommen dann war ich da doch mal und dann war gar keiner da also ich muss da auf jeden fall noch mal hinterher ja dringend weil ich auch den kosten voranschlag ich ich bräuchte wenn sie die namen schon wissen von den zeugen bräuchte ich die entsprechend den einweilen dabei entstanden nee nur ein großer schreck in weil das auto hat sich komplett verschoben als er da reingefahren ist ja gut da können eventuell noch nie draufschlagen haben sie denn schon eine ungefähre ahnung was das kosten wird den food truck die reparatur dafür also wenn ich wenn ich jetzt mal einfach überlege weil ich letzte mal bezahlt habe da waren die scheiben vorne kaputt und hat jetzt mit dem ungefähr so prima daumen abrechnen was da jetzt ist weil der wagen fährt ganz normal würde ich jetzt mal so knapp 200 dollar schätzen 100 bis 200 dollar maximal okay also sagen wir mal hier zwischen drei bis 400 dollar schwanz oder zollerung genau plus ein bisschen seelischer schaden richtig also für mich ist wichtig hat der kerl ja da hat er einen auf den finger bekommt da muss jetzt nicht mehr länger geld sein aber dass er weiß dass man so ein quatsch wie wir machen kann gut ich würde jetzt so vor wenn sie machen druck vom acl es dass jeder schnellen kosten voranschlag bringen ja den schicken sie mir meine e-mail-adresse zu e-mail-adresse ja genau haben sie was zu unterschreiben hier kann ich über die sekunde hier schreibt mir da kurz auf den handy nicht sagen sie mal genau die punkt kustoski könnt ihr seid einmal buchstabieren ja sagt kru st o ja usk kustoski.de aber der ad ist diese dingen der mit dem kringel drum ne genau das a mit dem kreis und dann noch mal noch mal et kustoski genau punkt de kann ich damit den handy hier machen oder wie schreibe ich eine e mail an ihrem laptop zu hause oder tablet wie auch immer okay wunderbar dann versuche ich da weil ich bin technisch nicht so versieren müssen so wie es dann ist schwierig aber ich bin mir sicher dass kriegen sie ja ich frage den ich war sonst einfach den in den helden der kennt sich damit aus sieben e-mail-adresse wo wir was hinschicken könnten weil sie müssen auch einen mandatsvertrag unterschreiben e-mail-adresse o gottes willen da muss ich mir wohl eine erstellen lassen oder so sehr praktisch das weil damit ich ja kann ich sonst komme ich einfach vorbei und unterschreibt hat bei ihnen oder wie machen kann ich nicht ich muss das eben per e mail schicken ach gott okay ja gut dann dann muss ich mir wohl meine e mail einrichten lassen das will auch langer zeit 2020 ok also kurz den voranschlag zu ihnen per e mail dann haben sie meine e mail und dann genau schicken sie mir dann weit wird ich unterschreiben soll die korrekt okay werden wir alles weitere alles klar ist daniel mit akteneinsicht und so die anzeige können wir uns dann tendenziell schon mal angucken genau haben sie den aktenzeichen bekommen nee soll ich das besorgen gehen das wäre sehr praktisch dann mache ich das direkt gleich dann am besten noch erwähnen dass der herr kustowski als der anwalt sich darum kümmert weil dann können wir auch entspannt die akte einsehen weil sonst gibt das immer ein bisschen probleme ja stimmt da hatten sie wird gesagt entschuldigung ja dann immer dann fahre ich da sofort hier ziehen und mache ich das nicht das wäre sehr praktisch okay gut dann leite ich alles wichtige ein und melde mich so lange da irgendwas sich bei denen bei den wiesel news tut dann alles klar gut dann wünsche ich noch schönen abend vielen dank bis die teile wie ich sage ja jetzt noch das unangenehme und zwar eine rechnung rechtsberatung nach gut hier kann ich nicht überweisen ich habe jetzt kein geld wie ich sagen sie mir mein kontonummer meine assistenten gibt ihnen kurz die kontonummer ich selber erst mal nach habe ich doch nicht das ist ein guter Mensch schreib mir die auch mal hier auf nicht jetzt da haben wir sie jawohl Die Kontonummer ist 209, 2, 0, 9, 6, 0, 6, 6, 1, 1, 7, okay. Gut, dann überweise ich auch gleich 50 Mark, äh Dollar und dann ist das erledigt. Genau, als Verwendungswerk geben wir das Datum von heute bitte an. Okay. Datum von heute. Okay. Gut, danke schön, schöne Arbeit doch noch, ne? Gleichfalls. Danke, gleichfalls. Tschüssi. Tschüss. Alter, 50 Dollar, ey. Also wenn der mir nicht bei den Jones da... Boah, nicht schon wieder, Alter. Jetzt geht die Karne schon wieder nicht auf, meine Fresse. Jetzt wird's aufgeschlossen. Warum kann ich an der Tür nicht mehr das Fahrzeug aufschließen? So. Aber E-Mail? Also ich weiß, dass man bei den Kontakten E-Mails eintragen kann, aber ist das jetzt eine echte E-Mail? Gibt's die Domain? Wirklich, hat er sich die Domain gekauft? Wenn ja, muss ich mir ja knussmann.de eigentlich auch kaufen, ne? Oder Wurstpumpe. Hm. Knussmann at wurstpumpe.de Das wär ja witzig. Das wär high-end, next-level shit. Aber das ist natürlich schon wieder... Als ob Knussmann weiß, wie man eine E-Mail schreibt. Fuck. Oh shit, das hab ich ja komplett ver... Eieieieieieiei. So, die Ampel funktioniert jetzt, oder wat? Äh. Und grün. Boah shit, Alter. Boah shit, Alter. okay, okay, okay. Mit dem Stress hier schon wieder weh. Abend. Abend. Ist hier schon Feierabend oder wat? Hallo? Hallo? Hier ist hier noch einer. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass hier die Leitstelle nicht besetzt ist. Hm. Aber damit weaselab mache ich ganz in Ruhe, wenn wir eine Leitstelle haben, damit die auch schöne Telefonnummer mit da reinschreiben können. Ne? Machen wohl sie jetzt da. Na gut. Ist dann wohl keiner da. Wo treffe ich mich denn jetzt mit dem Edilem? Ähm. Das will ich mal kurz überlegen. So ein Vampir auch treffen. Was muss ich denn überhaupt noch machen? Pass auf. Ich hake jetzt mal eben ab. Ähm. Anwalt anrufen. Dat ist erledigt. Werkstatt. Kirchebesichtigung ist erledigt. Hallo? Die ist draußen irgendwo. Dankeschön. Konzertmenü absprechen. Weaselnews Werbung. Menü. Neuer Sternpraktikum. Okay. Die Werkstatt haben wir noch. Abend. Geht's gut? Abend. Ja. Soweit. Ne? Soweit. So gut. Ja. Man kann sie nicht beklagen. Ja. Ich wollte mal gerade was fragen. Aber ich glaube, ist keiner. Jetzt rennt da einer weg. Ne. Die müssen wohl gerade alle auf einen Einsatz. Ist gerade glaube ich ganz schön. Ach. Das ist Halligalli hier gerade. Oder was? Ja. Da komme ich irgendwann anders. Das ganze PD wieder in Aufruhr. Ja. Gott, das Willen. Ne. Gut. Dann war ich halt nächste Tage, was ich vorhatte. Gut. Ja. Warte mal. Warte mal. Jetzt mach ich hier nichts. Springtong. Da ist einer der. Ich glaube der will auch was. Gott. 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 Gut. Ich muss weiter. Ne. Ich muss noch ein, zwei Sachen erledigen. Ja. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Schönen Abend. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi. Nussmann... Hallo. Ich wollte mal fragen und zwar ich war letzte Tage da bezüglich des Unfalls bzw. des... Ja du es war ja ein Unfall und trotzdem voran schlagt da sollte ich allerdings wiederkommen wenn der Chef da ist. Ist das jetzt vielleicht gerade der Fall? ja also hätten sie vielleicht noch zwei drei minuten zeit wenn ich jetzt sofort komme um da einmal drüber zu gucken nein geht nicht okay ja gut dann wird wir sehen sie nächste mal da ja sind sie auch abends noch da die chefs ja ja ich denke mal so mit bis heute auch so okay gut ja 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 nicht so klar machen sie mal schön feierabend ich darf noch kein feierabend ja dann ich habe vielleicht mal kunden für dich gerade habe ich termine ohne ende also ich habe jetzt gar nichts zu essen dabei beziehungsweise nur rohes essen aber das wird jetzt nicht so gut schmecken aber kein rohe schweinefleisch sollte man nicht essen das ist nicht so gesund dadurch nicht so aber wenn wenn ihr dann wieder los hier dann gibt es würdkissen dann geht es richtig los hier ich sagte seine seine buddha kind sind die besten danke aber danke ach ja da bist du ja wunderbar die da können wir jetzt loslegen sehr gut ich wollte ich tatsächlich jetzt anrufen weil ich habe das nicht mal ein ja tschüss jetzt da sollen wir mal irgendwo hinfahren wo ein bisschen ruhiger ist als hier weil sonst kommen alle zehn minuten leute an und wollen was zu essen hast du deine idee wo wir hinfallen können ja okay gut bis denn ja bitte ich habe leider nicht auch wenn heute so alles klar tschuldigung tschüss geht´s auch links tschüs tschüss 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 David den die 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 das die gt die 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 Also, wenn ich spekulieren müsste, würde ich sagen, der fährt jetzt erstmal 10 Minuten im Kreis. Oder der fährt uns zu irgendeinem zwielichtigen Ort. Ähm. Wo? Ich würze gerne in der Wanne. Alter. Zeh Geschenksabs. Ey, übertreib halt komplett. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Ich würze gerne in der Wanne. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, Lehrer Tillmann haut einen aus. Ich würze gerne in der Wanne. Der Lehrer himself. Vielen, vielen Dank. So, dann gucken wir mal, dass bei dem Eddie jetzt mal schnell hinterherkommt. Ich würze gerne in der Wanne. Und noch eine Elf. hinterher. Danke dir. Vielen, vielen Dank. So. Zurück zu Eddie. Ich würze gerne in der Wanne. Ach du Scheiße. Was sind wir denn jetzt? Ich würze gerne in der Wanne. Ich würze gerne in der Wanne. So, so, klar, Alter. Wo sind wir hier? Oder? Oh. Ich würze gerne in der Wanne. Das geht schon tatsächlich. Ich würze gerne in der Wanne. So. Danke. So, Eddie. Hallöchen. So, Schönheit geklappt hat. Ich würze gerne in der Wanne. Ich würze gerne in der Wanne. Ja, also wie gesagt, Problem ist, Leitstelle funktioniert noch nicht. Das dauert noch. Also das muss jetzt erstmal durchgekauft werden. Was ist denn da bei der Lage und ja, ich wüsste noch nicht, ob das klappt und wenn das klappt und wie das klappt und wann das klappt. Ich habe keine Ahnung, Mensch. Ja. Jetzt hier so lange zusammen deichseln. Jetzt beginnt das Praktikum heute. Ich würde jetzt erstmal sagen, wann sollen wir denn immer Arbeitszeit machen? Wird 20 Uhr für dich in Ordnung? Ja. Das klingt super. Ja, Montags bis Freitags 20 Uhr ist für dich volle Kanöle in Ordnung, ja? Ja, das ist volle Kanöle in Ordnung. Wunderbar, wunderbar. Gut, dann würde ich mal sagen, deine Aufgabenbereiche. Kommen wir mit Rum einmal. Ja. Also, weil auf jeden Fall mal gemacht werden muss, ist, dass der Druck reinigt werden muss, ne? Der ist nämlich schon ganz schön dreckig. Das würde ich jetzt nicht sofort mit dem machen, dann macht ihr mal keine Sorgen. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die mal gemacht werden müsste. Ja. Dann habe ich halt oft einfach Laufburschen-Jobs, sag ich jetzt einfach mal, ne? Wo du dann einfach für mich irgendwas erledigen tust. Und, ähm, da gucken wir mal. Das kann halt sein, dass das Ihnen im Laufe der Woche mit der Nummer, mit der Neuen klappt. Da machen wir Werbung dafür und dann kannst du auch was ausfahren. Aber bis dato müssen wir mal gucken, wie wir dich beschäftigt kriegen, ne? Damit dir nicht langweilig ist, ne? Ja, klar. Ne? Gut. Ähm, was hast du denn so für Stärken? Junge. Äh, ich hab Bizeps, ich hab Trizeps. Also trage ganz so gut, verstehe ich daraus, ne? Ja, auch. Also das heißt, wenn ich mal irgendwann eine Lieferung von ANAB tragen muss, da kann ich dir auch sagen, trag mal was. Ja, und das hast du mich auch sehen. Wunderbar. Äh, was hast du noch? Äh, guck mal, ich frag mich halt immer, wie machst du denn diese Leckereien da drin? Meine Leckereien? Ja, das ist momentan nicht, das hat noch ein Familienrezept, ne? Das ist, das gebe ich jetzt nicht einfach an eine Praktikantin raus, aber wenn ich gut schläge, ist, da kann man ja mal gucken, wie wir weitermachen, ne? Super, ja, wenn ich mich richtig gut schläge. Wie gesagt, Bizeps und Trizeps hab ich. Wunderbar. Wenn du dann noch heile die Klamotten ausliefern tust, was wir da machen, dann sieht das schon mal ganz anders aus wieder. Ja, hast du schon irgendwie Erfahrung in anderen Berufen gemacht? Ja. In welchen und was? Also, ich hab zum Beispiel, war ich mal eine Zeit lang, äh, ne Rapper. Ja, gut, Rapper, das weiß ich ja, das machst du auch sehr gut, das hab ich ja schon live gesehen, ne? Danke dich. Noch was anderes? Äh, ja, ich war, ich hab mal Dings, Kassierer, hab ich gemacht. Kassierer, okay. Das heißt, also, ich werd da bei den, ähm, bei den Ausliefern werd ich dann so handhaben, pass auf, da wird nämlich so dann funktionieren, ich krieg ne Nummer, die machen wir Werbung mit, ne? Auch wenn dich jemand fragt, gibst du die Nummer dann raus, die steht denn in der Zeitung, dann rufen die Leute mich auf dieser Nummer an. Die sagen dann, ich hätte gerne, was weiß ich, zweimal Currywurst, zweimal Pommes und zwei Wasser. So, dann sag ich, alles klar, kommt in 15 Minuten, dann mach ich das fertig, gib dir dann in den Kofferraum. Und das fährst du dann da hin. Dann kassierst du das Geld, was ich dann dir sage. Wenn du Trinkgeld kriegen solltest, kannst du das behalten. Das kann ich sowieso nicht kontrollieren, wie viel du da kriegst und so weiter. Das kriegst du dann für dich, solange ich den Betrag bekomme, ja, den ich dir am Anfang sage, dann sind wir gute Freunde, ja? Okay. Ne, das ist so der Plan, den ich dann dahinter sehe. Und natürlich will ich auch keine Beschwerden von irgendwelchen Leuten hören, dass dann, keine Ahnung, wir hatten das Thema mit den Ohrenschmalz und so, ne? Das gehört nicht in eine Currywurst. Nein, nie mehr im Leben. Gut. Damit wir das haben. Und ansonsten, wenn du deinen Job gut machst, ne, dann gucken wir mal, wie weit wir das da führen. Es kann ja auch sein, dass der Lieferservice überhaupt nicht angenommen wird, ne? Vielleicht wollen die Leute auch gar keinen Lieferservice haben, das wissen wir ja gar nicht. Und das wäre dann so deine Aufgabe im Bereich erstmal, ne? Ja. Ich habe morgen Abend, das wäre dann so unser erstes Happening, würde ich sagen. Morgen habe ich an einer Kirche, ja, da ist ein Gottesdienst und da muss ich verkaufen. Wie, eine was? Ein Gottesdienst, das ist so in der Kirche, ne, die glauben an Gott und dann ist da einer und er betet und singt und die machen das auch. Das ist eine schöne Sache und die Leute sind dann da, das sind viele Leute und die haben wir dann auch natürlich auch Hunger, ne? Das ist ja cool. Genau, so. Und dann würde ich sagen, kommst du da auch hin? Ja. Und, ähm, ist jetzt die Frage. Wie viel ist das? Wie bitte? Und wie viel Uhr ist diese Gott? Äh, das ist um, lass mich, also ich soll um 19.30 Uhr da sein und starten tut dann um 20.00 Uhr. Ja, die sollte auch um 19.30 Uhr kommen? Ja, irgendwann zwischen 19.30 Uhr, 20.00 Uhr kannst du gerne kommen. Okay. Ähm, und dann überlegen wir, ich muss mir gleich mal ganz genau im Klaren werden, wie ich das morgen mache, weil ich werde morgen zum ersten Mal Bratwüls hier mit Pommes anbieten. Boah. Dann muss ich noch die neuen Preise kalkulieren und solche Geschichten, aber, ähm, kannst du, kannst du irgendwelche Instrumente spielen? Äh, ja, ich kann zum Beispiel, äh, ähm, singen. Ah, du kannst singen. Das heißt, wenn du dich dann neben den Druck stellst und, äh, ja, so, so religiös korrekte Musik singst. Also, wenn du dich einfach mal in den Internet schlaum hast, was die Leute in der Kirche so viel Musik hören, kannst du da irgendwas machen, damit die Leute dann, dann singst du so, ja, äh, äh, der Leib Jesu gibt's hier bei Knusmanns, so nach dem Motto, einfach, damit die Leute sich fühlen, dann werden sie weiterhin in der Kirche und können dann bei mir weiter essen. Knusmann, auf jeden Fall. Ja, ist das, ist das schön? Das ist richtig, ich hab richtig Bock drauf, ja. Ja gut, dann, aber das, wie gesagt, du musst aufpassen, da dürfen keine bösen Wörter in dem Text sein. Ne, das ist, das ist wirklich ein sehr frommes, weil die Leute rennen dann weg. Die haben dann Angst vor dir. Oh. Ja. Warte mal, ich brauch mal, warte mal. Ja. Ich hab kurz auf. Also, keine böse Wörter. Noch was, worauf ich achten soll? Äh, da muss auf jeden Fall Gott und Jesus mit in den Text vorkommen. Gott und Jesus muss vorkommen, ja. Ähm, dann am besten irgendwas mit Knusmann essen. Dann am besten irgendwas mit Kustan essen, ja. Knusmann, ne, nicht Kustan, oder was du da gesagt hast. Nicht, dass die Leute dann jemand anderen suchen, der so heißt. Nein, du bist doch der Kustmann. Du gehst ja immer in die Küstchen. Ne, Knus mit N. K-N-U-S-S-M-A-N-N. Ja, Knusmann heiß ich. Okay. Nicht Kuss, dann ist wieder was anderes. Am besten auch nix mit Liebe oder irgendwas, also mit Küstchen oder noch weitergehende Sachen, einfach irgendwie so, hey Leute, hier, willkommen in der Kirche, schön, als ihr da seid. Hier gibt es was Leckeres zu essen. Und dann kannst du dir auf jeden Fall nochmal mit reinschreiben, dass es Getränke gibt, dass es Bratwurst gibt, dass es Pommes gibt, damit die Leute nicht ständig fragen. Okay. Also du bist morgen quasi dafür verantwortlich, dass die Leute wissen, was es zu essen gibt. Okay, alles klar. Gut, und dann gucken wir mal weiter, wie wir dann machen. Und wenn das vorbei ist, dann kannst du ja einmal den Trug machen und dann hat der Tag schon wieder ein Ende. Also Trug schön sauber machen. Ja. Ne? Also den Trug da, wo die Schweine draus essen. Ne, hier der Trug, hier der. Das ist mein Trug. Achso, du meinst den Draht. Ja, ja, genau. Muskelschweine, Schweine-Trog da sauber machen. Mein Trug meine ich, ne? Also den Draht, okay. Genau. Ja, oder würde ich sagen, dann gebe ich dir heute noch mal frei, heute Abend. Okay. Weil ich muss noch einige Dinge erledigen und das Menü vorbereiten. Da kannst du mir leider nicht viel helfen. Dann kümmere du dich erst mal um deinen Text oder so. Und um deine Musik oder was auch immer du da jetzt vorhast. Mir wäre nur wichtig, das einmal kurz zu hören, bevor wir starten, ja? Das heißt, vor dem Event morgen, das du mir das einmal vorsingst, damit ich weiß, dass die Leute nicht in Scharen wegrennen, wenn sie das hören. Ist das okay? Ja, klar, ja. Ne, ich meine jetzt auch nicht wegen dem, wie du das machst, sondern eher, was da drin vorkommt für Themen in den Text, ne? Das ist halt gefährlich vor der Kirche. Okay, alles klar. Wunderbar. Gut, dann würde ich weiterfahren. Wir sehen uns dann morgen, sollen wir uns dann so um halb treffen. Weißt du, wo das ist? Äh, die Kirche bei den Friedhofen? Ne, da hat sich die Location gewechselt. Ähm, das ist, wenn du auf die Karten-App gehst. Ja, richtig. Ist das, ähm, da ist bei dem Department of Labor so ein Klamottengeschäft. Bonn, so, so ein Biese. Da. So, und wenn du da ein bisschen weiter nördlich gehst, hast du so ein Tee-Gebäude. Richtig. Ja, und da ist das. Da ist die Kirche. Alles klar. Wunderbar. Dann, äh, bin ich mal gespannt, wie du schläfst und dann, äh, freu ich mich auf morgen, ne? Ja, ich auch. Alles klar. Dann, schönen Abend noch, ne? Wünsch'n auch. Ja, Ghetto-Faust, ne? Ja, Ghetto-Ghetto-Ghetto und so weiter und so fort. Mein Jude, schönen Abend, bis denn. Bis dann. So. Oh, ne. Oh, jetzt, kack. Scheiße. Alles okay? Ja, ja, das ist okay, dass ich rutsche hier manchmal ab gegen die Scheibe, dann tut er ein Bisschen weh, alle Jude, ne? Tschüss. Du. So. Dann habe ich mich jetzt einfach komplett spontan aus der Nase gezogen. Ich hoffe, das geht nicht schief, Alter. Oh, oi, oi, oi. Okay. So. Das heißt. Lass mich mal kurz Notiz machen. Das ist hier der Anwalt. Ähm. Dienstag. Abend. Vor Kirche. Also da müssen wir auf jeden Fall vor der Kirche noch hin, weil sonst ist das wieder viel zu spät. Und wenn wir das nicht schaffen, dann muss das halt warten. Ähm. Dann. Pi. Die Aktenzeichen. Holen. Und für Anwalt. Freigeben. Okay. Ähm. Dann muss ich, dann überweise ich jetzt die 50 Dollar. Das mache ich als nächstes. Äh. Okay. Knussmann. E-Mail. Erstellen. Mhm. Hm. So. Dann überweise ich das jetzt noch. Und dann würde ich sagen, braten wir Würskis. Und schreiben Menü. Und dann sind wir schon wieder durch für heute, Freunde. Das ist heute High Life, sage ich jetzt mal. Morgen wird ein aufregender Tag und da muss viel vorbereitet für werden. So. Ähm. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal Richtung Heimat fahren. Lass mich mal überlegen, habe ich noch irgendwas auf der To-Do vergessen? Menü, ne? Nein, nein. Okay. Das ist klar. Oder so mit Handelswerkstatt. Nee. Konzertmenü, Absprache. Gut. Excel-RP. Genau. Übrigens, wir sind jetzt, Happy Birthday, tatsächlich aktuell mit den VODs auf YouTube. Das heißt, dieses VOD hier, wie ihr das jetzt hier live seht, oder als VOD, kommt tatsächlich am Tag nach dem Stream. Ist das nicht da mal. Das heißt, ihr könnt das über dann das VOD gucken und abends dann schon den nächsten Stream auf Twitch. Das heißt, viele Leute im VOD, heute Abend ist dann wieder High Life auf Twitch auf 19 Uhr. Ich sag das nur schon mal, dann könnt ihr live dabei sein, aber ihr könnt das Ganze noch am nächsten Tag einfach wieder auf YouTube gucken. Und so weiter und so fort. Werbung in eigener Sache. So. Ja. Haben wir doch wieder einiges geschafft heute. Es ist halt echt ärgerlich mit dem, mit dem, mit dem Lager. Aber, dass wir so ein winzend, winzend kleines Lager haben. Das ist, glaube ich, aktuell auch das größte Problem, was noch besteht. Ähm. Vielleicht ist es dann wirklich am schlauesten zu sagen, ich tue mich mit dem Hannes zusammen und... Alles klar. Was war das schon wieder? Du bist mir wirklich mit dem Hannes zusammen und miet noch mal ein Ladenlokal an. Aber, ähm. Ja. Ach, Miest. Noch ein Beider. Und da haben wir dann ja natürlich auch ein Lager. Und da kann man noch den Foodtruck da mal beladen. Ähm. Dementsprechend kann man dann auch mal gucken, ob man noch mal ein paar Arbeitsplätze schaffen sollte. Die wird den Support voll meckern. Ich habe schon mit denen über die 2er Stacks gesprochen. Aber, wie gesagt, deren Argumente sind halt nicht schlecht. Und wenn die die Pommes auf größere Stacks ändern, dann können die Leute halt eine Riesenportion Pommes mit sich rumschleppen. Also mehrere Pommes und Pommes ist halt was, was man eigentlich frisch essen muss. Deswegen sind da keine großen Stacks von da. Du kannst jetzt keine 10 Stacks Pommes mit dir dein Leben lang rumtragen. Knus Mann! Ja, hier ist der Job. Was los? Ach, Tag hier. Na, wie geht es? Ja, sehr genäme Wort und dieselbe. Ja, doch. Bist ganz stressig heute. Aber ansonsten läuft das auch. Vielleicht kann ich hier helfen. Ich stehe gar nicht. Ich fahre. Wie du fährst. Ja, ich habe heute einige Termine. Ach so, der Weg reicht. Und ich nehme mich nur Frage, man immer ist, diese Kegelmägel. Kegelmägel? Ja, Kegelmägel. Warte, ist hier. Und das auch nicht so. Kegelmägel. Ach so, Kegelklub meinst du? Ja, ja. Habe ich doch, ist erbieter. Und die alle, ja. Ja, ja, machen wir freitags jetzt immer. Wenn wir vielleicht jetzt wie späten. Ja, weiß ich nicht, so um 20, oh, Alter. Ich muss mal über den Herbärche hoch, so 20 Uhr immer, ne? Boah, was ist das denn hier? Ich komme hier nicht hoch. Oh, nee. Oh, dieser bekackte Truck hier. Ich könnte kotzen. Jetzt komm hoch, du Scheiße hier. Mann. Hast du Palettpapier doch? Nee, nee, ich bin nicht kacken, hör mal. Boah. Er fühlt sich zwar genau so an, aber... Kerl, na, Weinwut hoch mit dem Foodtruck, das ist immer, das ist die Hölle. Ach so, Scheiße, ja, ja. Rekro-Funny, ey. Echt. Ja, nee, also, wie gesagt, nächstes Mal würde ich sagen, ist Freitag mit dem Kegelklub wieder rund um den Kloß. Ja, 20 Uhr Kegelmägel mit dir und deinem Helmut und auch den Herrn König, ne, wa? Ja, der Hannes, hier, ganz genau. Hannes, Hannes, okay, Hannes. Ja, da weiß ich Bescheid, ist mein, ey. Weiß ich Bescheid, ne, und dann, äh, nächste Tage... Also, Morgan, ich weiß nicht, ob du gläubig bist, Morgan Abend ist ja Kirche, ne? Und da verkaufe ich auch. Wat is Kirche? Ja, Kirche. Gott ist die. Nee, mach ich nicht, ess ich nicht so, was für ein Gott ist die. Nee, du sollst doch kein Kirche essen, aber an der Kirche stehe ich und verkaufe Würskis. Ach du Scheiße, wirst du da, wo man sagt, kann sich wünschen, wo hatte ich schon zwei, hatte ich sogar den Peristen, oder wie den heißt, hatte ich schon im Taxi. Wer, wer will dich was wünschen? Der Priester, wo bei mir Dings sagte, wenn du betest, kannst du dir was wünschen. Wo habe ich mir gewünscht, eine Bentley habe ich immer noch nicht. Du kannst in der Kirche doch nichts wünschen. Ja, hat der Priester selber gesagt. Also ich meine, du klar kannst du dir was wünschen, aber ob dir das alle erfüllt hat, ist eine andere Sache, ne? Ja, das ist das, ja. Der sagte, wenn du betest, gehen manche Wünsche in die Erfüllung. Da habe ich mir direkt bettliche Wünsche, aber kam nichts. Hast du den nochmal gefragt? Nee, habe ich bisher noch nicht gesehen, aber vielleicht im nächsten Mal. Aber wenn morgen da ist, diese Party, dann bin ich da. Ja, du musst einfach nur viel beten, ne? Und wenn das irgendwann, und dann musst du irgendwann viel Geld verdienen, dann kaufst du das, und dann kannst du sagen, das hat geklappt mit den Beten. Ja, dann kann ich auch einfach direkt nur arbeiten und lasse ich das ganz andere. Ja gut, aber dann ist das natürlich kein göttliches Fahrzeug, ne? Ach, stimmt, ey. Musst du dir klaren werden. Das mit der Kirche, das ist eine ganz besondere Sache, ne? Denk an den Papst. Äh, okay. Ja, ich hoffe, das ist nur ein guter Gedanke. Rottes Fahrzeug. Ja, ey. Der, klasse, weil ich wünsche dir wunderschöne Arbeit. Ja, ich wünsche dir auch, ne? Mach es gut, vielleicht bis morgen dann. Ja, warst du gut. Tschüss. Tschüssikowski. Gedanken. Gott, ich habe den jetzt irgendwie auch blöde Gedanken gebracht, ne? Gibt das nachher nur Ärger. So. Ist das Handy einfach runtergefallen, als ich dagegen gelaufen bin? Ich dachte, das ist so ein, so ein durchsichtige Ding. Aber es fällt einfach so runter, so. Ich existiere jetzt plötzlich. So. 2, 0, 9, 6. 0, 6. 1, 7. 2, 0, 9, 6, 0, 6. 2, 9, 6, 0, 6, 1, 7. Yeah. Betrag 50. Knussmann. Anwaltberatung. 09.26. Seit 2020. Überweisen. Nice. Wie sieht das denn momentan auf den Konten aus? Uff. Oh. Wir müssen dann auf jeden Fall. Ach, der, die buchen halt von meinem privaten Konto ab. Dat, dat. Äh. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh. 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 Okay. Weil es ist jetzt nämlich neu, dass, ähm, dass wirklich Miete abgebucht wird. Deswegen, äh, ich muss auch demnächst mal, ich muss ab morgen auch wieder richtig verkaufen. Also, wir haben jetzt viel zu wenig verkauft und viel zu viel Papierkram gemacht. Das heißt, die 50 Euro kann ich auch abhaken. Datum von heute Verwendungszweck ist erledigt. Das, äh, Brettchen ist bezahlt. Ah. Wenn wir schon mal da sind. Herr Knussmann. Ja, Knussmann hier. Ich wollte noch mal kurz fragen. Sie hatte mir jetzt noch keinen Betrag geschickt, oder? Ja, ist in Arbeit. Ich habe gerade mit Feuer dann drüber gesprochen. Okay, also wenn ich, weil dann, ich würde mich nämlich jetzt zu Bette legen, dann könnte ich das heute nicht mehr überweisen, ne? Ja, so dringend ist das nicht. Okay, wunderbar. Dann schreiben Sie mir, dann mache ich das morgen oder so. Alles klar. Gut, schönen Abend. Tschüss, geht's. Gleichfalls. Schönen Abend. Nien auch. Okay. Weil sonst hätten wir das auch schon erledigt, aber... Sei es drum, ne? Sei es drum. Okay. Da haben sich neue To-Dos aufgetan. Aber erstmal steht jetzt im Fokus morgen die Kirche. Aber bis wir das haben, müssen wir jetzt erstmal gute Würskis machen. Weil ich jetzt wirklich nur einzelne Würskis braten kann. Also wenn da morgen so 30 Leute sind, dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, 60 Würstchen. Wenn wir 60 Würstchen gebraten haben, ich glaube, damit kommen wir ganz gut aus. Weil dann kann jeder ungefähr 60 nehmen. Ne, zwei. Das ist eine Milchmädchenrechnung, wie man so schön sagt. Zwei kann man dann jeder nehmen. Und ich würde dann den Eddie einfach noch zwischendurch losschicken und sagen, der soll mal hingehen und Bütterken kaufen. Ding ist halt nur, was halt im RP ein bisschen scheiße ist, ne? Und das finde ich eigentlich komplett scheiße. Muss ich ehrlich gestorben. Oh, fuck. Ne. Ich stelle mich gerade mal hier hin. Ist mir jetzt auch egal. Ich muss ja ausladen. Damit den Bütterchen hat er die halt im Laden kauft. Aber dann muss ich das halt so ausspielen, dass er halt wirklich Butterbrote kauft. So, das Schneidebrett. Würstchen. 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 Jetzt muss ich jetzt immer rauf und runter laufen, um die rohen Würstchen gegen die gebratenen Würstchen auszutauschen. Jippie, jippie, jippie. Das will allen Spaß. Knussmann. Ja, guten Tag, Herr Knussmann. Hier ist nochmal Rockingslade. Wir sind gerade beim PD und wollten Aknall sich anfordern. Wissen Sie noch, also waren Sie schon hier heute? Ja, ich war da, aber da war keiner da. Also da war wirklich gerade irgendwie ein Großeinsatz oder so eine Geschichte. Ich habe das jetzt aber auch morgen verschoben, weil ich konnte da nichts machen, ne? Ja, ähm, okay, das heißt, Sie wissen, dass es eigentlich nicht ist. Ne, da tut mir wirklich leid. Können Sie sich noch dran erinnern, welches Datum das genau war? Boah, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich könnte mal, ich schaue mal in den Verlauf, wann wir telefoniert hat miteinander. Aha. Okay, Sekunde. Sind Sie noch da? Ja, ja. Okay, ich mache da mal hier einmal so. Boah, was war das für den Abend? War das der Abend? Vincent Heldin, das müsste der gewesen sein, oder? Ne, da hatten wir gar nicht telefoniert. Das müsste mal nicht irgendwann letzte Woche gewesen sein, wenn ich mich nicht falsch schaffe. Ja, genau, das war auf jeden Fall letzte Woche. Genau, und wir wollten eigentlich Donnerstag oder Freitag, und da hatten wir das jetzt am Freitag auf den Montag verschoben. Das heißt, Sie müssten, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch telefoniert haben. Ja, ich glaube, das war am 26., wenn ich das hier richte. Also da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal miteinander telefoniert. Ähm, 26, nee, das kann ja nicht sein. Das müsste früher gewesen sein. Da werden uns erst überlegt, uns am 25. zu treffen, das hatte ja dann nur nicht die Klappe. Ja, Sekunde, ich gehe mal hier 24. 23., da sind sie immer noch nicht, nee, 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 nee. Sie können sich auch nicht daran erinnern, bei welchem Officer sie das aufgegeben haben, oder? Nee, also der, der kannte mich, wenn ich ihn sehe, dann erkenne ich den auch wieder, aber wie der Herr heißt, weiß ich nicht, der ist auch immer... Ah, hier, okay, am 23. haben wir auf jeden Fall telefoniert, das kommt von der Uhrzeit auch hin. Ich glaube, es war da auch der 23., ich gucke mal, ob es am Montag auch noch was, ja, ab. Aber, ähm. Ähm, nee, ich glaube, das war der 23., ich glaube, das kommt hin, nee. Ansonsten müsste ich nochmal meine Akte durchwühlen, weil dann kann ich das ungefähr daran ausmachen, was ich verkauft habe, weil ich war dann ja auch am Pedie, nee. Aber das war der 23., bin ich eigentlich ziemlich sicher. Okay, ja, dann schauen wir da nochmal nach. Genau, wunderbar. Ansonsten, wenn Sie sich da morgen irgendwie drum kümmern, ob das dann morgen weiterkommt, reicht das auch völlig. Wir dachten, nur wir gucken mal, ob wir jetzt schon was machen können. Ja, wunderbar, dann machen wir das so. Ja, gut, danke schön, schönen Abend noch, ne? Ja, nein, gleichfalls. Tschüss. Okay. Oh. Es ist warm, gerade, es ist warm, aber das macht man halt, ne? Was macht man nicht alles, wenn man... So. Pfanne. Also erstmal hier das Schneidebett rein. Und dann gucke ich mal, habe ich nur eine Wurst gebraten. Ja. Also eine Wurst kann ich braten. Oh, okay. Das wird ja, das wird ja witzig jetzt. Boah, scheiße, Alter. Dann werde ich das gleich nochmal anbringen, dass wir vielleicht, ähm, mehr Würstchen auf einmal... So, und was ist, wenn ich jetzt so und so mache? Craftlinge, das muss leer sein. Toll, die unterscheiden sich überhaupt nicht. Fuck. So. Rezept muss falsch, ne. Ich gucke auch nochmal aufs Rezept. Ja. Hier steht auch tatsächlich Pfanne und Bratwurst. Ja, dann... Habe ich jetzt ein Problem. Alter. Oh, mein Gott. Das ist übel. Das ist übel. Ich würde sagen, wir machen morgen ein bisschen früher. Wir starten so um 18.30 und bereiten die Würstchen vor. Weil ich werde jetzt nicht 30, 60 Würstchen... Also das ist alleine schon ein logistisches Problem gerade. Und das ist ja... Also du kannst ja mehr als ein Würstchen gleichzeitig in der Pfanne braten. Das werde ich auf jeden Fall gleich mal kurz anbringen. Sollte das nicht klappen, müssen wir morgen 60 mal. Willst du den Braten aber dann werden die auch dementsprechend kosten. Dann ist mir das scheißegal, dann wird meine Arbeitszeit damit eingerechnet. Also... Schwierig. Alles, alles sehr schwierig, aber ich stelle das Auto wenigstens immer eben um. Okay. Aber dann machen wir gleich noch die Kalkulationen. Die sind natürlich nicht im VOD mit drin. Ne, sag ich gleich. Da hat er euch nicht wundert, da beim VOD, dass ich gleich Feierabend mache. Aber eine Excel-Kalkulation passt jetzt nicht so gut rein. Das ist dann für die Leute im Streamers drin. Die werden dann mit mir gleich die Preise festlegen, die ich mir auf jeden Fall gleich nochmal eben aufschreiben sollte. Die habe ich ja noch bei der SMS mit drin. Und dann hoffe ich, dass ich mich jetzt da so hinstelle, dass ich morgen auch wieder vom Fleck komme. Boah. So. Das reicht vielleicht. So. Dann tue ich die Wüskes hier erstmal wieder rein. Eine gebratene Bratwurst. Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät. Oder auch nicht. Der hat auch noch eine Pfanne und kann nur eine Bratwurst gleichzeitig braten. So. Ich gucke mal eben, während ich da hochlaufe, auf mein Handy. Und gehen wir in die SMS von der Frau Leradan. Würstchenkosten 1,60. So eben hier. Und die Pommes bei 1,20. Und die Pommes. Und die Pommes. Wo sind sie? Ich gehe mal eben rein. So. Habe ich nämlich mehr Ruhe. Pommes. 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 Da. 1,20. 1,20. E.K. E.K. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Strich drunter. Ne. Habe ich hier irgendwas vergessen? Ne. 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 Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne. 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 Wenn ich mich einloggen. So mal buggy, buggy. Dann können wir mal duschen. Eine Runde. Ziehen wir uns mal nackig aus. Ne. Das wird aber auch bei Zeit hier ein bisschen den Rotz runterwaschen. Schuhe aus. Doch. Achso. Warte. Duscheklemmgrad Sekunde. Oh. Ja. Das ist gut. Oh. Das ist fein. Schön. Oh. Das schöne kalte Schweiß von der Haut. Oh. Ist das schön. Oh. Ja. Ist das fein. Hmm. Hmm. Schön die Haare machen. Unter der Achsel aufwaschen. Ne. Ja. Das muss auch mal sein. Das muss auch mal sein. So. Aber der Hitze hier noch am Schwitzen. Oh. Okay. 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 Das tut gut. Das tut einfach gut. So. So. Muss auch mal reichen jetzt. So. Dann gehe ich jetzt mal kackeln. Und ihr macht mal schönen Abflug. Ne. Macht das mal gut. Freude. Gute Dank. Oh. 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 Vielen Dank.